vorwort von tagebuch einer verlorenen aufgenommen von jesse tagebuch einer verlorenen von margarete böhme vorwort als das vorliegende tagebuch in meine hände gelangte war es meine absicht den inhalt nach einiger zeit zu einem roman zu verarbeiten auf anraten meines verlegers des han fontane stand ich später von diesem vorhaben ab und zog es vor die aufzeichnungen nach der erforderlichen überarbeitung im original der öffentlichkeit zu übergeben die einzelnen umgestaltungen mussten mit rücksicht auf die verschiedenen in dem buch benannten personen vorgenommen werden und bestehen im wesentlichen in namensänderung einige streichungen von stellen die sich absolut nicht für die veröffentlichung eigneten waren ebenfalls nicht zu vermeiden nichts liegt mir vorne als die absicht mit der herausgabe dieser tagebuchblätter die pikante literatur um ein buch zu bereichern die schlichten aufzeichnungen erheben keinen anspruch auf künstlerische oder literarische wertschätzung sie sind nichts und wollen nichts sein als ein authentischer beitrag zu einer brennenden sozialen frage unserer tage beräter und überzeugender als die glänzendsten schilderungen aus berufener schriftsteller feder sprechen sie zu uns und werfen ihre grellen schlaglichter in die welt der bürgerlichen toten der ausgestoßenen und parias der gesellschaft wenn die lektüre dieser blätter hier und da jemand zum nachdenken anregt wenn sich der leser dabei vergegenwärtigt daß kein mensch und stünde er noch so fest und hoch mächtiger als sein fatum ist daß weder wohlhabenheit noch bildung noch geachtete bürgerliche stellung tod und unglück schach bieten und unseren eigenen jugendlichen angehörigen sicheren schutz vor einem ähnlichen schicksal wie das der armen thymian gewähren wenn er daraus die schlussfolgerung zieht dass man nicht konsequent in gedankenloser gleichgültigkeit oder mit liebloser verachtung an jenen unglücklichen vorübergehen sondern die augen offen halten soll um zu schauen und laster und unglück zu trennen dann ist der zweck dieser veröffentlichung erreicht dann hatte thymian nicht umsonst ihres verfehlten lebens daten fixirt vielleicht war dann ihr leben nicht einmal ein verlorenes margarete böhme tante lehnsmann brachte mir gestern das tagebuch als verspätetes konfirmationsgeschenk es sei so sinnig für ein junges mädchen sagte sie und so billig dachte ich aber nun es einmal da ist will ich es auch benutzen vielleicht entdecke ich dabei noch schriftstellerisches talent in mir viel passiert zwar nicht in unserem gottvergessenen nest und was passiert ist kaum des aufnotierens wert aber ich will denken ich wäre eine berühmte persönlichkeit und schriebe meine memoine dabei ist ja wohl dann das unwesentlichste wichtig also zuerst vorstellung ich heiße thymian frauke katharine gotteball und bin die tochter des apothekers ludwig erhard gotteball in g einem kleinen propren städtchen von zweitausend einwohnern in der marsch die straßen sind alle schnurgerade und sehr sauber gras wächst nicht zwischen den steinen und die hühner laufen auch nicht auf dem pflaster umher die häuser sehen alle so geleckt und glatt aus wie männer die eben vom barbier den bart abgenommen bekommen haben verflucht langweilig ist es in g wenn ein wagen durch die straßen fährt läuft alles an die fenster des abends sitzen die leute auf bänken vor der türe und schwatzen mit den nachbarn über andere nachbarn und wenn die anderen nachbarn dann dazukommen reden sie wieder über andere nachbarn denn nachbarn ist hier alles auch diejenigen die an zwei verschiedenen zipfeln des städtchens wohnen den verrückten namen hat meine mutter für mich ausgesucht ich hab mich oft darüber ärgern müssen die kinder sagen er riecht nach apotheke und die jungen sagen noch etwas viel schrecklicheres was ich aber nicht niederschreiben mag meine mutter war immer kränklich solange ich denken kann ich habe sie nie lachen hören wenn sie lächelte sah sie eigentlich noch viel trauriger aus als wenn sie ernst war wenn ich früher auf dem marktplatz mit den kindern spielte und sie am fenster saß fürchtete ich mich ordentlich hinzusehen warum weiß ich nicht es gab mir immer einen stich wenn ich ihr liebes blasses wehmütiges gesichtchen das sah als ich zehn jahre alt war wurde mutter so krank daß der doktor sie nach davos schickte ein ganzes jahr blieb sie da erst fehlte sie mir sehr aber nachher vergaß ich sie beinahe es war während der zeit sehr lustig bei uns vater hatte viel besuch eingeladen die verwandten kamen auch zuweilen aber die sind weniger amüsant wir haben viele verwandte mutters geschwister wohnen alle auf höfen in der nordmarsch nur mein onkel henning und meine tante wiebke mutterschwester wohnen hier da ist dann noch tante frauke die mit dem lehnsmann ponz verheiratet ist sie ist so geizig dass sie sich vor lauter geiz beinahe selber auffrisst dann mutters bruder ratmann thompson dann noch ein anderer bruder dirk thompson dann noch ein schwager hinner glassen dessen frau auch eine schwester von mutter an der schwindsucht starb und noch viele andere vater hat nur eine schwester tante frieda unverheiratet und bucklig und hier ansässig diese kann ich am wenigsten leiden sie findet immer was auszustellen an mir bald bin ich ihr zu geputzt bald zu schlappig angezogen am liebsten säß sie es wenn ich nachmittags immer bei ihr in ihrem altjungfernkäfig hockte aber ich puste ihr was vater kann sie auch nicht ausstehen die beiden schimpfen sich oft ich verstehe nicht warum vater ihr nicht längst das haus verboten hat wo sie doch immer so eklig gegen ihn ist unser provisor herr meinert nennt sie richter lynch wenn er sie vom apothekenfenster aus mit ihrem großen brotbeutel von pompadour am arm über den marktplatz gehen sieht schreit er schon ins haus richter lynch kommt worauf ich mich aus dem staube mache und vater manchmal auch in der zeit da mutter in davos war spielte einmal eine theatergesellschaft im deutschen haus ich durfte jeden abend mit vater oder meinert hingehen einmal spielten sie therese krones das ist ein wundervolles stück aber sehr traurig ach und die therese krones spielte einfach göttlich heute weiß ich ja daß sie sich geschminkt hatte aber damals war ich baff von so viel schönheit ich war aber damals ja noch ein kind an dem abend als therese krones gespielt wurde hatte vater die schauspieler zum abendessen eingeladen ich durfte mit am tisch sitzen wir aßen in der besten stube und es gab rotwein und sekt und ich bekam von allem ab die schauspielerinnen sangen lustige lieder und ich wurde auch immer lustiger es war riesig fidel zuletzt sprang ich auf den tisch und brüllte immer fort ich bin n pudding ich bin n pudding schneidet mich an und eßt mich ich bin n pudding ja du bist n schöner pudding wird sich schon früh genug einer finden der dich anschneidet sagte meinert worüber die anderen lachten nachher wurde es immer toller die stühle wurden aus der reihe gerückt und da nicht mehr genug stühle um den tisch standen setzten die damen sich den herrn auf den schoß therese krones saß auf vaters knien da auf einmal gerade wie es am schönsten ist wird die tür aufgerissen und wer steht da tante frieda in ihrem alten langen verschossenen regenmantel den sie wie man gleich merkt über ihr nachthemd gezogen hatte der teufel mag wissen wer ihr die chose verraten hatte sie war ganz gelb vor wut und schrie mit überschnappender stimme wie ne heißere krähe das ist ja hübsch ah ja ah ja gut zufrieden ich hab dir nichts zu sagen ludwig aber dass dir dein eigenes leibliches kind nicht zu gut ist für solche du du und sie spuckte aus vor gift weil ihr die luft ausging komm thymian du bleibst die nacht bei mir pfui mädchen schämst du dich nicht so unanständig dazustehen mitten auf dem tisch und sie wollte mich beim schlafittchen packen aber ich schnell wie der wind retiriere und über gläser und flaschen und dessertteller weg aufs sofa und da mit einem satze rittlings auf meiner schulter der flog empor und unter lautem bravo und hallo mit mir an tante frieda vorbei und zur tür hinaus die treppe hinauf tante frieda hinterher geben sie das kind her sie lieder jan vors gericht bringen sollte man euch thymian sofort herunter schäme dich mädchen schäme dich wenn deine arme stackels mutter das wüßte so schimpfte sie hinter uns her die treppen hinauf und ich streckte die zunge nach ihr aus und rief in meiner beschwipstheit richter lynch richter lynch olle dämliche richter lynch bumms da hatte sie mich beim fuß aber weil meinard rasch die tür von seiner stube aufriß erwischte sie bloß meinen linken lackschuh und meinard schlug die tür rasch hinter uns zu dann saßen wir im dunkeln auf seinem bettrand und lachten ich auf seinem schoß und während richter lynch draußen tumultierte und sich vor wut anscheinend die kleider zerriß küßte mich meinert das tut er überhaupt gern wenn meine freundinnen und ich früher schokolade von ihm haben wollten mußten wir ihm immer n kuß dafür geben wir warteten eine ganze zeit aber tante frieda lärmte immer toller mit ihrem regenschirm ballerte sie gegen die tür daß es weit zu hören war machen sie auf sie lumpenhund oder ich hol die polizei aber fräulein gotteball regen sie sich doch nicht so auf rief meinert das ist ja alles mein spaß thymie fürchtet sich bloß vor ihn dann kam vater und wir hörten daß er mit richter lynch zankte nachher sagte vater meinert solle aufmachen und seinetwegen möge tante frieda ihren willen haben und mich die nacht bei sich behalten ich war sehr böse aber es half nichts meinert schloss auf und ich mußte mit tante frieda gehen sie sagte kein wort aber sie hielt mich fest an der hand und ich fühlte wie ihre hand flog in ihrem schlafzimmer wusch sie mich gründlich und ich mußte mit anatherin gurgeln und dann half sie mir beim ausziehen und legte mich in ihr wett denn sie wollte die nacht auf dem sofa schlafen sie flog vor kälte denn sie hatte wirklich nur ihr nachthemd und ihren unterrock unter dem mantel an ich machte gleich die augen zu und tat als ob ich sehr müde sei denn ich fürchtete daß sie doch noch losziehen würde es ging aber gut gute nacht thymian sagte sie und da sie ein bisschen fromm ist kniete sie neben dem bett und betete mit merkwürdig inniger betonung breit aus die flügel beide o jesu meine freude und nimm dein küchlein ein will satan es verschlingen so lass die englein singen dies kind soll unverletzbar sein ja es war eine tolle nacht und mir ist sie noch so im gedächtnis als ob es gestern erst gewesen sei obgleich schon vier jahre seitdem verflossen sind im mai kam mutter aus davos zurück eine krankenschwester brachte sie nach hause und blieb auch bei ihr sie war sehr krank ging nur vom bett auf die chaise longue und von der chaise longue ins bett es war plötzlich im hause so still wie in der kirche ich mußte mich zuweilen auf einen schemel neben sie setzen und dann strich sie mit der schmalen kleinen mageren hand über mein haar und sagte meine süße kleine thymie meine arme kleine dirn was soll aus dir werden wenn ich dich doch wenigstens hätte großziehen dürfen ich wußte nicht recht was ich dazu sagen sollte mir war sehr beklommen und traurig zumute eines nachts wurde ich geweckt als ich die augen aufmachte stand die krankenschwester vor meinem bett zieh dich an kleine thymian und komm mit herüber sagte sie deine liebe mutter will in den himmel gehen und möchte dir gern adieu sagen ich fing laut an zu weinen aber die schwester sagte ich dürfe nicht weinen und der lieben mutter den abschied schwer machen denn für sie sei es eine große gnade und freude dass sie nach langem leiden nun in das schöne paradies dürfe da hielt ich das schluchzen zurück denn ich hatte riesig viel respekt vor der schwester in mutters schlafzimmer waren tante frieda und der pastor und auf dem tisch neben dem bett brannten wachskerzen denn mutter hatte in der nacht das abendmahl bekommen vater war nebenan im wohnzimmer man sah mutter kaum im bett so weiß und klein war ihr gesicht mir war sehr bange sie röchelte so entsetzlich als sie mich sah wurde sie sehr unruhig sie griff mit beiden händen nach mir und ich mußte mich über sie neigen und sie auf beide wangen küssen und sie hielt mein angesicht mit ihren feuchten kalten händen fest und seufzte immerzu und sprach aber ich konnte nicht richtig verstehen was sie sagte ich glaube sie sagte dass sie mich so furchtbar gern mitnehmen möchte und dann küßte sie mich wieder und schrie auf und röchelte so jämmerlich es war geradezu entsetzlich der pastor sagte wir wollen ihr kind der treue unseres heilands empfehlen liebe frau gotteball wir wollen beten aber mutter hörte nicht sie weinte so furchtbar und ich auch da hörte ich wie die schwester leise zum pastor sagte das kind muß hinaus es ist eine quälerei für die arme frau sie kommt nicht eher zur ruhe und dann küßte mutter mich noch mal und dann kam wieder ein anfall und da nahm schwester anna mich an der hand und führte mich hinaus ich konnte lange nicht wieder einschlafen aber schließlich schlief ich doch ein am andern morgen kam die schwester wieder zu mir und sagte daß mutter in der nacht zum lieben gott gegangen sei das war am dienstag und am sonntag wurde mutter begraben es waren grässliche tage mutter lag in der besten stube mich graute vor ihr wie sie so steif und eiskalt da lag und es zog mich auch wieder zu ihr hin am sonntag war sehr schönes wetter als ich gleich nach mittag an der tür stand kamen fiete rasch und liede peters und fragten ob ich nicht ein bißchen mit ihnen marmel spielen wollte nur ein pott und das tat ich denn wir gingen unter die linden gerade vor unserm haus und ich gewann fiete rasch im handumdrehen zwanzig marmeln ab wie ich sie einraffen wollte nahm er mir zwei weg und lief davon ich ihm nach liede auch und plötzlich ich weiß nicht wie es kam spielten wir greif und schrien und lachten laut und ich hatte im augenblick alle traurigkeit vergessen und würde auch erst noch nicht daran gedacht haben wenn tante frieda nicht plötzlich gekommen wäre sie hat wirklich ein talent immer gerade dann wie ein deus ex machina vor einem aufzusteigen wenn man sie am wenigsten gern haben möchte thymian rief sie entrüstet mädchen bist du denn so gottvergessen herzlos dass du dich nicht mal heute ruhig verhalten kannst am begräbnistag deiner mutter da fing ich bitterlich an zu weinen denn ich sah ein daß ich wirklich sehr schlecht gewesen war tante frieda streichelte mir die wangen und seufzte armer lüthias dacke du ahnst in deiner dummheit nicht was sie dir heute hinaustragen sagte sie und dabei liefen ihr die hellen tränen aus den augen um vier uhr brachten wir mutter nach dem kirchhof der pastor wandte sich in seiner rede auch an mich und ermahnte mich immer gut zu bleiben und es nie zu vergessen daß mutters letzter gedanke ein gebet für mich gewesen sei viel hörte ich nicht mir wurde auf einmal ganz schwarz vor den augen und dann weiß ich nichts mehr als daß ich erst im wagen wieder zu mir kam ich war nämlich auf dem kirchhof ohnmächtig geworden die erste zeit nach mutters beerdigung war sehr traurig das haus kam mir so furchtbar groß vor es war mir als sei ein loch im hause es war doch ganz anders als damals wie mutter in davos war oft ging ich heimlich nach dem kirchhof und setzte mich auf mutters grabhügel auf den weißen verwürstelten kranzschleifen stand auf wiedersehen gedruckt der pastor sagt ja auch immer daß man sich im himmel mal wieder sieht aber ich konnte mir damals gar nicht vorstellen daß man jemand der da tief in der schwarzen klebrigen erde eingescharrt ist noch mal wieder sehen kann so vieles an das ich vor mutters tod gar nicht gedacht hatte fiel mir wieder ein wie oft sie mich früher auf den schoß genommen und lieb gehalten hatte eine große sehnsucht nach ihren küssen überkam mich ich fühlte mich so sehr einsam und verlassen mit einem mal am abend war es schön auf dem kirchhof die linden blühten und die narzissen dufteten wenn ich die augen zumachte träumte mir daß mutter in einem weißen kleid an mich heranschwebte und mich küßte manchmal sah ich sie so deutlich daß ich die arme ausstreckte um sie festzuhalten einmal holte vater mich um zehn uhr abends vom kirchhof er war sehr bestürzt schien mir aber thümi mein kleiner engel das ahnte ich ja gar nicht daß du dich hier auf dem kirchhof umhertreibst und dich grämst sagte er tante frieda verriet es mir heute das darfst du nicht mein liebling du mußt dich jetzt beruhigen wir müssen ja alle mal sterben aber bis es so weit ist müssen wir das schöne leben genießen ich nehme dich zum herbst mit nach hamburg zum zirkus renz und kauf dir eine puppe so groß wie ein kind versprich mir daß du nicht wieder heimlich nach dem kirchhof gehst ich versprach es und ging vorläufig auch nicht wieder hin dann kam allmählich alles ins alte gleis tante frieda inspizierte alle nase lang unser haus und schimpfte und kalfaktorte und giftete sich wie gewöhnlich sie hätte gern gesehen wenn vater eine ältere dame als respektsperson ins haus genommen hätte vater wollte aber nicht er sagte mutters lange krankheit hätte so viel gekostet und er müsse erst mal wieder zu atem kommen wir wurden auch sehr gut mit unseren zwei mädchen fertig die köchin war auch schon eine ältere person und schon sieben jahre bei uns als stubenmädchen hatten wir damals lene hannemann eine tochter vom fischerhannemann aus der wiedemanngasse lene war erst siebzehn jahre und ein sehr nettes hübsches mädchen sie konnte so schön mit mir spielen leider kam sie im september mit einem großen krach weg weshalb weiß ich nicht es würde mich auch weiter nicht interessiert haben wenn sich nicht unmittelbar daran für mich ein ereignis geknüpft hätte also eines tages erschien frau hannemann bei uns machte einen höllenlärm und schrie lene soll sofort ihre sachen packen und mitkommen auf der hinterdiele lief vater ihr in den weg und da stellte sie ihn und schimpfte greulich und fuchtelte ihm immer mit der eisernen fischwaage vor den augen daß ich heil bange war sie könnt ihn haun sie sprach so rasch daß ich nur ein paar worte verstand und die waren nicht die feinsten vater rief sie solle sich zum teufel scheren aber sie spektakelte fort und lief in die küche und brüllte laut so'n verfluchten kerr sind snackels frühes noch nicht richtig kolt in de grund und nu will so'n biest all so'n junge dirn angahn man schuldet aas vor raff die biede behn in de rökerkammer obhangen mir war richtig unheimlich ich dachte frau hannemann wäre verrückt geworden ich war froh als sie mit lene aus dem hause war zwei tage danach wie ich aus der schule kam saß die halbe verwandtschafts klerisei um den runden tisch im wohnzimmer und trank kaffee onkel henning und tante wiebke lehnsmann pons und tante frauke und natürlich die unvermeidliche tante frieda vater sah sehr rot und alteriert aus ja nun komm man her thümi sagte er hier ist großer familienrat deinetwegen abgehalten die tanten und onkeln meinen partout du müßtest nach t in pension was meinst du dazu willst du das thümi hat gar nichts zu meinen und zu wollen sondern nur zu sollen und zu gehorchen und als ordentliches kind das zu tun was wir erwachsene zu ihrem besten anordnen sagte tante frieda mit ihrer harten spitzen stimme du altes aß dachte ich bei mir sagte aber natürlich nichts jawohl jawohl nur zu gehorchen pappelte onkel henning nach und die tanten nickten dazu wie porzellanene pagoden ich merkte wohl vater war es lange nicht recht aber er ist viel zu gut und er kann nicht gegen tante frieda mit ihrem maulwerk an so wurde denn beschlossen daß ich am ersten oktober nach tee sollte als die sippschaft fort war tröstete vater mich und sagte er tät mich doch bald wieder heimholen und er würde mich jeden monat einmal besuchen und mir jedesmal etwas schönes mitbringen vater hat mich sehr lieb ich dachte erst ich würde gar nichts zu schreiben haben aber nun ich einmal im gang bin sehe ich daß ich doch eine menge erzählen kann wenn ich alles was ich in tee erlebte niederschreiben wollte würde ich ja das halbe buch ausfüllen ich werde mich deshalb nur an die hauptsachen halten zuerst kam ich zum pastor flau da waren noch zwei schulmädchen mehr in pension die lebensführung im pastorlichen haushalt machte seinem namen alle ehre sie war mehr als flau frau pastorin hatte fünf kleine kinder und kein dienstmädchen dafür aber drei haushaltselewinnen die jede mark zubezahlten diese drei mädel hatten jede ihre bestimmte arbeit oder woche wie sie sagten eine besorgte die küche eine machte die zimmer eine hatte die kinderstube zu beaufsichtigen jede woche wechselten sie ihre beschäftigung ab wenn dann das jahr um war hatten sie alles gelernt kochen haushalt kinder hüten und der frau pastorin war ihre arbeit umsonst getan und verdiente sie ausgerechnet noch tausend mark dazu sie selbst die frau pastorin schrieb in ihrer freien zeit romane sie sagte es sei der schönste traum ihres lebens mal in der gartenlaube herauszukommen es gab die ganze woche mittags gehacktes sonntags braten montags frikandellen dienstags klopse mittwochs falscher hase donnerstags aufgebratene scheiben vom falschen hasen freitags haschee sonnabends ragout von suppenfleisch oder wenn es gut ging gefüllten celery oder verlorene vögel nämlich gehacktes in kohlblätter gewickelt und gebraten einmal als der general superintendent zu tisch da war gab es frikandellen als zwischengang und der alte herr lobte diese frikandellen über alle maßen und bat sich das rezept aus na wir dachten unser teil uns wurde schlimm wenn wir sie sahen vater kam jeden ersten sonntag im monat und brachte mir viel schokolade mit und fast jedesmal bekam ich ein zehnmarkstück als taschengeld da aß ich mich in der konditorei an cremeschnittchen satt wenn ich mittags hungrig vom tisch aufstand zuweilen besuchte meinert mich auch nach einem jahr wurden flaus versetzt ich kam dann zu zwei alten fräuleins die pensionärinnen hielten im ganzen waren wir sieben mädchen da die andern waren nordmarscher hofbesitzertöchter wir waren fast alle ungefähr gleich alt und gingen natürlich alle in fräulein lundbergs höhere töchterschule insofern war es in der neuen pension netter als die kost dort besser war und nebenan ein gymnasialprofessor wohnte der auch pensionäre hielt und zwar knaben wodurch wir etwas unterhaltung hatten unsere pensionsmütter die fräulein saß lebten in feindschaft mit professors wegen der hühner professors hühner kamen nämlich immer in sass garten und zerkratzten die spargelbeete und wühlten die blumen rabatten um die fräulein saß verlangten professors sollten ihre hühner aufschütten aber professors behaupteten es wären andere hühner ihre hühner täten so etwas nicht nun waren aber sonst gar keine hühner in der nachbarschaft da die fräulein saß und professors wechselten wegen der hühner dutzende von beleidigenden briefen und es war eine seltenheit wenn professors hühner nicht unser tischgespräch beherrschten trotzdem es uns streng verboten war mit professors pensionären zu reden lernten wir sie doch kennen und zwar in der mittagsstunde wenn die alten damen schliefen und wir uns unten im garten in der laube aufhielten während die jungen nebenan auf dem turnplatz waren sie kletterten dann über die planke und kamen zu uns oder saßen auf dem höchsten turnreck wo sie uns auch sehen und mit uns sprechen konnten die meisten von ihnen waren nordmarscher und nordschlesweger und einige kannte ich von meinen besuchen bei unseren verwandten her auch ein vetter von meiner besten freundin annie meyer die auch bei saß in pension war boy detlefs war bei professors die beiden wollen sich heiraten wenn boy erst doktor ist er will nämlich medizin studieren damals ging er noch in sekunda dann war auch ein richtiger graf da kasimir ostdorf mit zwei f das ist nämlich feudaler sagt er es existiert auch noch eine familie ostdorf mit einem f aber das ist nur ein kleiner ordinärer adel und zählt nicht sagt ostdorf wir hatten jede unseren speziellen freund und ostdorf war meiner er ist nicht gerade hübsch seine unterlippe hängt ein wenig vor sein gesicht ist ein wenig gedunsen und seine hellgrauen augen sehen immer aus als ob er schläft annie nennt seine augen schellfisch augen so ist er noch heute boy detlefs behauptet ostdorf wäre dumm wie stroh und faul wie ruß was mir so sehr an ihm gefiel und noch heute gefällt sind seine stiefel und seine hände ich habe nie zuvor so wunderbare stiefel und so entzückende hände gesehen die stiefel sitzen wie an den füßen gewachsen glatt und blank wie aalhaut und die hände sind weiß und samt weich und die nägel sind so schön rosenrot mit schneeweißem rand wie bei einer sehr feinen dame kasimir ostdorf ist das zweitjüngste von sechs kindern und seine mutter ist witwe viel vermögen ist nicht da der älteste sohn bekommt das gut und da dieses überschuldet ist bleibt für die anderen nicht viel übrig nach seinem abiturium sollte er eigentlich forstwissenschaft studieren er hatte noch nicht sein einjährigen zeugnis ostdorf machte gar kein hehl daraus dass ihm das lernen zuwider war er sagt die heutigen gesellschaftlichen verhältnisse wären oberfaul und der staat würde über kurz zugrunde gehen wenn nicht eine kräftige reaktion ans ruder käme anstatt daß so viele millionen für allerhand dummereien zum fenster hinausgeworfen würden und die regierung mit dem mob kokettiere indem sie allerlei wohlfahrtsbestrebungen sanktioniere müsse ein ehrenunterstützungsfonds für unbemittelte edelleute gegründet werden dieser fonds müsse dazu dienen daß die zinsen an alle richtig feudalen unvermögenden adeligen derartig verteilt würden daß ihnen dadurch ein standesgemäßes auskommen ohne arbeit ermöglicht werde und die edelsten des reiches nicht gezwungen wären sich in niederem broterwerb mit dem bürgervolk zu liieren dieses wäre nur für den staat von vorteil in dem der adel dadurch gekräftigt würde denn es gäbe nur drei berechtigte stände adel geistlichkeit und proletariat die übergangslagen der sogenannte breite mittelstand sei der krebsschaden eines feudalen staatswesens der adel sei da zum befehlen und das proletariat zum arbeiten und dienen und die geistlichkeit für die aufrechterhaltung der ordnung die bourgeoisie sei der nährboden aller revolution es sei eine schande daß ein junger hochbegabter mann aus altem edlem geschlecht wie er ein ostdorf mit zwei f mit bauernjungen und bürgersöhnen dieselbe schulbank drücken und sich von bürgerlichen lehrern an schnauzereien gefallen lassen müsse er entwickelte mir oft stundenlang seine ansichten die ich keineswegs unterschreiben möchte die ich aber teilweise sehr merkwürdig und interessant fand die anderen mädchen wollten ihre freunde alle heiraten aber ostdorf sagte mir gleich im anfang dass er mich nicht heiraten könne vor jahren erzählte er mir habe er sich in die entfernte verwandte einer angeheirateten cousine verliebt als besonnener mann sei er aber nicht gleich mit einer erklärung losgerückt sondern hatte sich vorher erst gründlich erkundigt und ihren stammbaum beaugenscheinigt und da hatte es sich herausgestellt daß ihre urgroßmutter mütterlicherseits eine sächsische geheimratstochter namens düppel gewesen war niemals hätte er es sich verziehen wenn er durch ein leichtfertig gegebenes ehrenwort seiner familie eine solche schmach zugefügt hätte es sei sein stolz und seine ehre sein wappenschild blank zu halten und diese urgroßmutter düppel wäre ein furchtbarer fleck gewesen ich muss sagen seine aufrichtigkeit berührte mich sympathisch sonst gefällt mir wie gesagt nichts an ihm wie die nägel und die hände in fräulein lundberg schule schnitt ich soweit ganz gut ab ich war gerade ein halbes jahr in der ersten klasse als der große kladderer dutch kam der meinem aufenthalt in tee ein vorzeitiges ende bereitete das kam nämlich so in tee wurde eine große hochzeit gefeiert zu der fräulein saß und auch professors eingeladen waren wochenlang hatten die fräuleins überlegt ob sie professors wegen ablehnen sollten oder nicht die hühnerfeindschaft war so groß dass sie stark drei viertel geneigt waren eine absage zu schicken aber schließlich entschlossen sie sich doch hinzugehen und professors wie luft zu behandeln wir hatten für den hochzeitstag mit professors jungen einen ausflug nach dem grünen baum verabredet das heißt nur annie meyer lina schütt und ich boy detlefs heite butenschön und osdorf die anderen mädchen waren alle jittig der grüne baum ist ein einsames wirtshaus eine stunde wegs von tee und ist berühmt wegen der feinen grogs die es da gibt wir gingen gegen fünf uhr nachmittags weg und bummelten langsam die chaussee hinaus so daß es schon fast sieben war als wir im grünen baum anlangten dort eingekehrt bestellten wir uns sechs grogs und stießen an und tranken aus das zeug brannte wie feuer auf der zunge ich kann nicht sagen dass ich etwas feines daran finden konnte aber boy sagt wir müssten anstandshalber noch eine runde nehmen sonst sähe es zu lumpig aus und auf einem bein könne man überhaupt auch nicht stehen ich dachte denn man zu halt den atem an und trink es wie medizin aber es war sonderbar ob die wirtin nun das zweite mal besseren rum genommen und mehr zucker hineingetan das zweite glas schmeckte viel besser man wurde so schön warm danach und so lustig nachher tranken wir noch ein glas weil's so schöne ging sagte boy detlefs und wir wurden immer ausgelassener und lachten wie toll dann ließ boy detlefs eine bohle kommen und sagte wir feierten seine und annis verlobung und da gab's ein hallo und dann tranken wir alle miteinander du und du zuletzt wurde mir übel von dem heißen starken zeug und die anderen mochten auch nicht mehr um viertel nach neun brachen wir auf aber es wurde beinahe zehn ehe wir fort kamen wie ich aus der warmen stube hinaus in die luftdraht drehte sich alles vor meinen augen und es war gut daß boy detlefs hinter mir stand und mich festhielt sonst wäre ich umgepurzelt ja thymian das ist recht bleib man bei uns und halt dich lieber an menschen als an den ollen kretin sagte er der ostdorf hat heute abend genug mit all seinen effen zu schleppen er hat heute davon vier zwei effen im namen und zwei in seinem kopf nämlich einen affen und während er meine hand festhielt bummste er ostdorf der tatsächlich erbarmungswürdig aussah auf den schädel und schrie wie klingt das hohl wie klingt das hohl darüber mussten wir lachen aber annie kam wie ein stoßvogel von hinten und haute mich auf die hand die boy festhielt und rief ich solle mich fortscheren ich hätte mit ihrem bräutigam nichts zu schaffen da nahm boy sie in den anderen arm und dann trollten wir ab indem wir bunte reihen bildeten und die chaussee sperrten aber als wir an die luft kamen wurde uns recht schlecht annie jammerte laut sie konnte nicht gehen ich schleppte mich auch nur mit mühe und not fort und lina schütt hinkte wie ne angeschossene kräh aber die jungen das heißt boy detlefs und butenschön hielten uns fest und buxierten uns weiter da auf einmal gab es einen knacks in der reihe osdorf der an einem ende ging und von lina untergefaßt wurde war von über gefallen und riß lina mit und um ein haar wären wir alle gestürzt aber während boy und butenschön sich um die beiden die sich im chausseeschmutz wälzten bemühten taumelten annie und ich seitwärts nach dem graben ich setzte mich auf einen chausseestein und annie warf sich auf den bauch ins nasse gras und fing laut an zu schreien sie müsse sterben und sie gehe keinen schritt weiter es sei schon einerlei wo sie verende es wäre doch gleich vorbei mit ihr niemand hörte auf sie denn boy und butenschön hatten genug mit osdorf und lina zu tun und es gelang ihnen nur lina auf die beine zu bringen aber fort konnte die auch nicht mehr die beiden jungen beratschlagten was sie tun sollten und kamen endlich zu dem schluss daß sie nach tee laufen und einen wagen holen wollten damit wir alle noch vor tors schluss in die kajüte kommen konnten dann rannten sie fort und wir blieben an der chaussee zurück lina und annie heulten um die wette osdorf grunzte wie ein schwein im chausseepatsch und die mädchen fingen an zu würgen und sich zu erbrechen das ekelte mich so dass mir beinahe auch schlimm geworden wäre und deshalb schleppte ich mich etwas weiter fort aber die füße waren mir so schwer dass ich mich bald wieder am graben hinsetzte ich merkte wohl dass ich ebenso wie die anderen total betrunken war aber ich wusste sah und hörte alles weil mir der kopf so weh tat streckte ich mich lang im gras aus und blinzelte in die luft der mond spiegelte sich in den regenpfützen der chaussee und millionen sterne standen am himmel wie ich so hinauf sah war es mir als wären die sterne lauter helle menschenaugen und als gehörten zwei davon zwei goldene klare meiner lieben toten mutter da machte ich die augen zu denn ich konnte diese beiden sterne nicht ansehen mir war plötzlich sehr weh ums herz ich schämte mich so fürchterlich es ist gewiß nichts feines wenn schulmädchen sich voll saufen und wie das liebe vieh am wege liegen bleiben aber wer konnte auch wissen dass das deibelszeug so nachwirkt damals an dem therese-krones-abend war es doch viel netter das habe ich jetzt heraus dass ein sektrausch ein viel feineres ding ist als ein ordinärer rumaffe das ist ungefähr ein unterschied wie zwischen einem rassehund und einem ekligen kläffigen dorfköter nach einer weile kam ein wagen als die leute das jammern von annie und lina hörten hielten sie an und kletterten ab es war ein schlachter der mit einigen viehkommissionären über land gefahren war und diese menschen sammelten nun unter lautem gelächter osdorff und die mädchen auf den wagen um nicht allein zurückzubleiben kletterte ich auch hinauf aber ganz allein denn mit mir wurde es schon allmählich besser was wir da auf dem wege nach tee für witze und rohe späße über die höheren töchter und den gelehrten jungen anhören mussten das geht schon auf keine kuhhaut mehr es war das reine fegefeuer annie und lina waren noch nicht in der verfassung alles zu verstehen aber ich hab auf diesem wege meine sünden an dem abend abgebüßt das kann ich mit gutem gewissen behaupten um nur nichts zu hören stopfte ich mir die finger in die ohren so entsetzlich war das in tee luden uns die kerle vor dem schlechterladen ab und die frau schlechter meister kam mit der lampe heraus und die dienstmädchen und gesellen ebenfalls und das lachen und witze reißen ging von vorne los wie osdorff nach hause gekommen ist weiß ich nicht fräulein sass mädchen brachten lina und annie zu bett und für lina mußte der doktor geholt werden ich suchte es zu verhindern aber lina war wie verrückt und wollte partout sterben gerade wie vorher annie am anderen morgen war die stadt natürlich voll von unserem abenteuer fräulein lundberg schickte uns nachmittags aus der schule nach hause weil eine untersuchung eingeleitet werden sollte das resultat dieser untersuchung aber war dass wir alle drei geschasst wurden fräulein lundberg behauptete ein solcher fall von unmoralischem lebenswandel wäre in den analen ihrer schule noch nicht verzeichnet und unser beispiel würde verderblich auf unsere mitschülerinnen wirken es sei eine existenzbedingung ihrer schule daß sie sich alle schlimmen elemente fernhalten müsse annie und lina heulten wie die schloßhunde und annie war so gemein alle schuld auf mich schieben zu wollen womit sie aber nicht durchkam was die jungen anbelangte so teilte ostdorf unser schicksal er wurde mit schimpf und schande relegiert trotz seiner zwei effen beudetlefs und butenschön kamen mit einem verweis davon was ich nun sehr ungerecht fand denn es lag doch kein anderer milderungsgrund für ihr verhalten vor als daß sie ihren affen besser zu tragen verstanden wie der arme ostdorf einige böse zungen behaupteten der direktor hätte gegen boy nicht so scharf sein dürfen weil frau detlefs der frau direktor jeden sonnabend drei kopf butter und ein stieg eier umsonst brachte ob's wahr ist weiß ich nicht die anderen mädchen weinten tag und nacht weil sie furcht vor ihren eltern hatten ich gar nicht ich wusste dass vater mir nichts tun würde nur vor tante friedas bösen augen hatte ich ein bisschen angst vater holte mich am anderen abend ab er war gar nicht böse und schimpfte nur auf fräulein lundberg es sei von der ollen schachtel eine kleinlichkeit und engherzigkeit über alle maßen einen solchen kinderstreich gleich so schwarz anzustreichen sagte er und er freute sich dass ich nun wieder nach hause komme er hätte mich doch sehr entbehrt ich freute mich auch zu hause hatten sie die türe begrenzt und ein transparent willkommen angebracht ich war so gerührt dass ich vor freude weinte im hause hatte sich wenig verändert nur dass statt der ollen köchen eine wirtschafterin im hause war eine ganz hübsche aber sehr dicke person fräulein reinhard hieß sie als wir zu abend gegessen und die reinhard hinaus und meinhard wieder in die apotheke war setzte vater sich zu mir aufs sofa und unterhielt sich mit mir ganz vernünftig wie mit einer erwachsenen dame es sei ein elend mit den wirtschafterinnen erzählte er mir die reinhard wäre nun die vierte in zwei jahren er sei sehr froh wenn ich erst mal so weit wäre und den haushalt führen könnte daß man das fremde pack nicht mehr brauche dann nahm er meinen kopf in seine linke hand und sah mich lange an und strich mit der rechten hand über meine schwarzen zöpfe und sagte ich sei hübsch geworden bildhübsch bildhübsch und wenn ich mal erwachsen wäre täte er mit mir in bäderreisen damit ich bekanntschaften mache es wäre ein jammer wenn ich hier in dem drecksnest versauere und einen der dämlichen philister heiraten müsse weißt du wem du ähnlich siehst thümi sagte vater ich schüttelte den kopf der mutter schlägst du nicht nach die hatte ein kleines pusseliges gesichtchen aber eine schönheit war sie nie von mir hast du die schönheit auch nicht geerbt aber frage mal tante frieda nach dem bild deiner urgroßmutter madame claire gotteball es muss irgendwo in der rumpelkammer bei ihr stehen du wirst da verwandte züge finden sie war eine französin und muss eine pikante schönheit gewesen sein was ist das eine pikante schönheit fragte ich vater lachte das kann ich dir nicht so bedeuten thümi eine pikante schönheit ist eine schönheit die den männern gefällt nun weißt du es ja nun wußte ich es aber ich war nicht viel klüger dadurch geworden von nun an ging alles seinen gewohnten gang ich ging das letzte halbe jahr bis zu meiner konfirmation wieder bei fräulein fieterich in die schule eines tages hatte ich eine große überraschung ich hatte eine besorgung bei tante wiebke henning zu machen und an der ecke der bismarckstraße begegnet mir casimir ostdorf ich traute meinen augen nicht aber er war es in lebensgröße und es ging alles mit rechten dingen zu er ist bei dr bauer in pension und soll dort zum einjährigen gepreßt werden dr bauer war zurzeit hauslehrer beim grafen von und zu y der in berlin ein großes tier und casimirs vormund ist ostdorf jammerte daß er hier in g mit noch gemischteren elementen in berührung käme als in tee ich tröstete ihn und wir verabredeten uns öfter zusammenzukommen ich habe hier seit meiner rückkehr keine richtigen freundinnen annie meyer ist nach wandsbeck und lina schütt nach kiel in pension gekommen da ist es doch ganz nett daß ich wenigstens noch einen freund habe mit dem ich mal plaudern kann in dem letzten jahre bis zu meiner konfirmation passierte nichts besonderes mit unserer wirtschafterin stehe ich mich ganz gut sie ist gefällig und freundlich wenn sie nur nicht so schrecklich gefräßig wäre ich kann die menschen nicht leiden die immer essen es ist unglaublich was sie bei tisch für portionen verschlingt in der zwischenzeit schnuckert sie immer noch aus den taschen unausstehlich tagebuch einer verlorenen jeden mittwoch und sonnabend ging ich zur konfirmationsstunde zuerst waren mir diese stunden beim alten pfarrer greulich später ging ich gern hin ich war bisher nicht fromm gewesen aber der alte pfarrer hat eine merkwürdig innige art einem zu herzen zu sprechen wenn die stunden aus waren um sechs dämmerte es schon und ich machte dann oft einen umweg um über das gehörte nachzudenken es machte einen so tiefen eindruck auf mich von der liebe zu hören die alle schuld auslischt und die gnädig alle gebrechen und sünden der menschheit mit ihren sanften fittichen zudeckt ich musste dann immer an unser schimpfliches abenteuer vom grünen baum und die schreckliche heimfahrt mit den viehmenschen denken wenn vater in seiner großen herzensgüte es auch als kinderstreich hinstellt ich fühlte doch daß es etwas häßliches war und ich kann nicht den gedanken loswerden daß mutter mich damals gesehen hat und traurig über mich war ich besuchte in dieser zeit auch wieder öfters mutters grab und mir war jedesmal sehr fromm und traurig zumute ich nahm mir vor auch nach meiner einsegnung jeden sonntag zur kirche zu gehen und ein braver guter mensch zu werden der pfarrer ist ein reizender alter herr er hat so etwas liebreiches sanftes natürlich menschliches gar nichts gesalbtes und mir war es manchmal so als ob er sich an mich immer mit besonderer innigkeit wandte an meinem konfirmationstag war die ganze nordmarscher verwandtschaft da sie kamen schon morgens um mit zur kirche zu gehen ich wurde beim ankleiden ohnmächtig ich glaube vor lauter aufregung aber ich kam bald wieder zu mir vater wollte mir ein glas cognac geben aber ich konnte es nicht trinken seit jenem abend im grünen baum habe ich einen entsetzlichen widerwillen vor spirituosen es war eine herrliche feier der herr pfarrer sprach so wunderschöne worte ich saß da wie im traum es war mir als ob die klänge der orgel meine seele aufhöben und sie zu einer anderen welt empor trügen und als ob ich da oben mutter begegnete wie wir dann niederknieten und unter dem geläut der glocken unser glaubensbekenntnis ablegten schluchzte ich laut auf so überwältigt war ich nachher bekamen wir jede unseren bibelspruch der meine lautete unser wandel aber sei im himmel von dannen wir warten unseres heilandes jesu christi die orgel spielte weich und leise während wir eingesegnet wurden nach schluß der feier gingen wir zum ersten heiligen abendmal ich war so tief bewegt wie nie zuvor in meinem leben und vater standen auch tränen in den augen als er mich nach der feier umarmte und küsste dann drängte sich die ganze sippe um mich herum und beglückwünschte mich die onkel und tanten die vettern und kusinen ich kam mir wirklich sehr erhaben vor als mittelpunkt des ganzen um und dran wir aßen im saal der nur bei besonderen gelegenheiten benutzt wird zu mittag und hatten für den tag eine kochfrau und einen aufwärter bei tisch hielt onkel lehnsmann eine rede in der er meinen eintritt in einen neuen lebensabschnitt feierte sonst ging es sehr still während des essens zu fast wollte mir scheinen ein wenig bedrückt wie bei einer leichenfeier die reinhard ließ sich nur wenig blicken als wir aus der kirche nach hause kamen sah sie ganz verweint aus was sich darauf schob daß sie auch gerührt war und ihr hoch anrechnete nach tisch gingen die herren ins wohnzimmer um zu rauchen und die frauen tranken in der besten stube wo mein geschenktisch stand kaffee ich hatte viele und hübsche geschenke bekommen von vater eine lange goldne kette mit einer kleinen uhr und einen diamantring von tante frieda einen schmuck in altertümlicher goldschmiedekunst der ein familienerbstück ist dann noch zwei armbänder drei goldene ringe drei broschen einen schmuck in silber filigranarbeit viele bücher blumen und kleinigkeiten wie ich anscheinend ganz vertieft an meinem tisch stehe und in gerocks palmblätter lese höre ich wie tante frieda und tante frauke miteinander tuscheln und fange auch glücklich ein paar worte auf ich wollte daß ludwig bald eine brave tüchtige frau bekäme sagte tante frieda es wäre ein wahrer segen für ihn und für thymie und für uns alle tante frauke die ganz rot war seufzte und sagte ja es ist ein skandal für die familie meine arme schwester würde sich im grabe umdrehen wenn sie wüßte weiter verstand ich nichts ich kann mir nur denken daß sie wieder mein abenteuer in tee durchhechelten denn sonst wüßte ich nicht weshalb mutter sich im grabe umdrehen sollte schön finde ich es nun auch nicht gerade daß das just an meinem konfirmationstag wieder aufs tapet gebracht werden mußte und daß tante frieda vater deshalb verkuppeln will ist geradezu lachhaft gegen sechs uhr fuhren die verwandten weg und auch tante frieda empfahl sich um halb sieben als alle fort waren kam meinert und rief mich in die apotheke da ist noch jemand der dir gratulieren will thymie rief er und lachte ich ging hinüber und fand osdorf der arme karr er hatte mir auch einen strauß geschickt den hungert er sich nun von seinem bißchen taschengeld ab vater lud ihn ein drüben ein glas wein mit uns zu trinken nachher kam meinert auch noch rüber und dann wurde es noch recht gemütlich osdorf tut mir wirklich leid er ist wieder durchs einjährigen examen gerasselt nun soll er es zum herbst machen und dann noch ein jahr bei dr bauer bleiben was dann aus ihm wird weiß er selbst noch nicht nun sind schon fünf wochen seit meiner konfirmation verstrichen und tante frauke brachte mir dies buch zum einschreiben ich bin neugierig ob ich etwas erlebe was sich des einschreibens lohnt tante frieda will partout ich soll in die pension aber ich will nicht und vater steht zu mir vor 14 tagen schrieb ich das letzte in mein tagebuch nun habe ich endlich mal wieder was zu schreiben viel besonderes ist es zwar nicht aber in meinem ereignis armen leben muss ich jede gelegenheit zum schreiben benutzen sonst wird das buch ja mein tag nicht voll also fräulein reinhard ist fort ich wusste gar nicht dass sie weg will eines vormittags komme ich in ihre stube und sehe dass sie dabei ist ihre sieben sachen zu packen und dabei heult sie dass sie kaum sprechen kann als ich sie frage warum sie denn so schnurstracks abreisen will ich krieg auch keine rechte antwort sie weint wie ein kleines kind und schlucht zum gotterbarmen ich bin ein merkwürdiger mensch in der art ich kann nicht gut jemand weinen sehen dann steigt mir gleich wie ein knäuel in den hals und ehe ich michs versehe heule ich mit da die reinhard nun nichts mehr sagte lief ich zu vater der im wohnzimmer die zeitung las und fragte ihn warum die reinhard fortgeht sie ist krank ich kann das ewige stöhnen und lamentieren nicht leiden sagte vater sagte ich ganz verblüfft davon hab ich noch gar nichts gemerkt was fehlt dir denn laß mich in ruhe mit deiner ewigen fragerei rief vater so unwirsch wie ich ihn sonst gar nicht kenne worauf ich in die apotheke ging denn darin bin ich auch komisch ich muß immer den dingen auf den grund gehen und die arme kreatur die reinhard tat mir furchtbar leid meinert mischte gerade ein pulver dabei darf man ihn nicht stören ich setzte mich auf den ladentisch und wartete bis er fertig war wissen sie dass die reinhard fortgeht frage ich ja sagte er was fehlt ihr frage ich sie leidet am magen sagt er und ich sehe deutlich dass es unter seinem dünnen roten schnurrbart zuckt als ob er lachen möchte ach sooo sage ich erleichtert dass es nichts schlimmes ist das kommt jedenfalls von ihrem vielen essen sie schnuckert ja den lieben langen tag aus der tasche ganz recht thümi es kommt vom naschen ruft meinert und platzt aus zu lachen und er lacht und lacht und hält sich den bauch und kann nicht aufhören merk dir das thümi schreit er man muß immer zu essen aufhören wenn's am besten schmeckt sonst wird man magenkrank wie mamsell reinhard ich ließ ihn lachen denn ich ärgerte mich und schlug die thür hinter mir zu die arme reinhard tat mir doch leid wenn sie auch nur magendrücken von der vielen schokolade die sie ist hat und lächerlich ist das auch nicht solche magenschmerzen können furchtbar sein ich hab auch mal welche gehabt als ich abends zu viel gurkensalat gegessen hatte nun ist fräulein reinhard fort und wir haben noch keine neue vater sucht eine im daheim hoffentlich kriegen wir eine nette wir haben eine sehr nette bekommen eine ganz reizende liebe nette junge person sie ist 24 jahre alt und eine weise in naumburg an der saale geboren sie heißt elisabeth voyens und ist sehr hübsch besonders ihr blondes haar finde ich reizend es ist so lang daß sie darauf sitzen kann wenn es aufgelöst ist gewöhnlich trägt sie es in zwei zöpfen um den kopf gesteckt und eine taille hat sie zum umspannen dünn ich habe mich gleich mit ihr angefreundet nun ist es erst hübsch im hause abends gehen wir beide wenn schönes wetter ist immer spazieren zuweilen auch nach dem kirchhof oder die allee an der stadt entlang wir haben mit himbeerlimonade du und du getrunken und sie hat mir ihre ganze lebensgeschichte erzählt ihre eltern hat sie verloren als sie noch nicht sieben jahre alt war sie sind beide nacheinander am typhus gestorben und geschwister hat sie nicht dann ist sie bei einem pastor erzogen aber der hatte selber acht kinder und konnte sie nicht länger behalten als wie kostgeld für sie bezahlt wurde und ihr kleines kapital reichte nur aus bis zu ihrer konfirmation und nachher noch ein jahr fürs kochen lernen in einer haushaltungsschule dann musste sie gleich eine stellung annehmen seitdem ist sie immer bei fremden leuten in stellung gewesen und in den meisten familien war sie nicht auf rosen gebettet auch eine unglückliche liebe hat sie gehabt ganz romantisch ist das es war der sohn einer alten dame bei der sie als stütze engagiert war und der damals als sie sich kennenlernten theologie studierte und nur in den ferien nach hause kam als die alte dame merkte wie die beiden miteinander standen mußte elisabeth schleunigst aus dem hause und dann kam sie zu einem kolonialwarenhändler wo kein dienstmädchen war und sie alle arbeit allein tun mußte aber sie und johannes so hieß der junge mann korrespondierten doch noch und wenn er in den ferien kam trafen sie einander und wollten sich ganz sicher heiraten darüber verging jahr um jahr johannes machte sein examen und bekam eine vikar stelle und elisabeth dachte nun ganz gewiss dass sie bald heiraten würden aber es kam anders seine mutter starb und es stellte sich heraus dass sie gar kein vermögen besaß sondern nur ihre pension und verwandten unterstützung gehabt hatte an einem tage nachdem johannes als pastor einer kleinen stadt in westfalen gewählt war schrieb er elisabeth daß sie einander nicht heiraten könnten weil sie beide arm wären und man mit 800 talern keinen standesgemäßen haushalt führen könnte die arme elisabeth weinte sehr wie sie mir das erzählte ich finde es merkwürdig daß ein pastor so viel aufs geld gibt ich dachte früher immer solche leute wären mit ihren gedanken und idealen stets im himmel aber es scheint doch dass solch ein geistlicher ein mensch wie alle anderen ist und manchmal wie das beispiel lehrt nicht einmal einer von der besten nummer denn das ist meiner ansicht nach doch kein edler charakterzug ein junges mädchen beinahe vier jahre lang hinzuhalten und ihr dann die karre vor die tür zu schieben weil sie kein geld hat gott sei dank hat elisabeth es ziemlich überwunden sie ist sehr munter und lustig wenn wir abends spazieren gehen gesellt osdorff sich öfters zu uns elisabeth muß immer über ihn lachen sie sagt er kommt ihr zu ulkig vor mit seinem übergeschnappten standesdünke es ist wahr es ist auch wirklich lächerlich wie er sich immer hat und ich glaube boy detlefs hat es so unrecht nicht als er ihn als halben kretin hinstellte aber trotzdem sehe ich ihn gern kommen vater hat nichts dagegen dass er uns besucht manchmal ist er abends auch bei uns im garten das habe ich noch nicht aufgeschrieben dass wir einen sehr schönen großen garten haben mit prachtvollen alten dickstämmigen birnbäumen und sehr vielen blumen großem rasen und einer reizenden heimlichen pfeifenkrautlaube casimir osdorff hat blumen auch gern und wenn wir abends beim gießen sind vergißt er zuweilen seine gräfliche würde und die zwei äffen so weit daß er höchst eigenhändig wasser pumpt und mit begießen hilft so'n spaß macht ihm das neulich war er ganz selig da hatte er einen halb ausgegangenen rosenbusch entdeckt den er begoss und um den herum er die erde auflockerte und nachher hat sich der rosenstock wieder erholt osdorff sagt er möchte wohl gärtner sein aber nur für sich nicht für andere denn das wäre natürlich mit seinem stand unvereinbar und dann entwickelte er wieder seine wunderlichen sozialen ideen und vater und elisabeth fragten ihn dies und jenes und so weiter und sahen einander an und lachten und osdorff redete sich immer mehr in eifer und merkte gar nicht dass wir ihn aufzogen an schönen sommerabenden sitzen wir oft in der laube wir haben eine hängelampe drin die aber schlecht brennt so daß trotz ihres lichts immer eine trauliche halbdämmerung in dem grünen bienenkorb herrscht vater und elisabeth plaudern miteinander und ich sitze manchmal eine stunde lang mit um den knien geschlungenen händen und vergesse alles und gehe ganz auf in der traumhaften schönheit der tiefen feierlichen abendstille die dann über dem garten liegt wenn die wolken so über den dunkelblauen himmelsgrund und über die blitzgoldne mondsichel gehen nichts sich regt die bäume groß und dunkel und still dastehen und die lilien wie weiße altarkerzen durch den nebelhaften dämmerungsschleier leuchten und ihr duft so merkwürdig verwirrend und heraufwühlend wie weihrauch emporsteigt und die luft erfüllt steigt eine seltsame traurigkeit über mich hin ein zwiespältiges empfinden von sehnsucht und wehmut ich muss dann wieder an mutter denken die hier auch einstmals saß und den duft der lilien einatmete und die wolken ziehen sah und die jetzt schon länger als drei jahre tief unten in der kalten schwarzen kirchhoferde begraben liegt wie seltsam ist das dass wir menschen wie die blumen leben und verwelken und zur erde werden wie die abgewehten herbstblätter nur daß die blumen immer wieder kommen und die toten nie wiederkehren in solchen stunden ist mir das herz schwer vor sehnsucht nach etwas unbekanntem nach einem glück von dem ich nur einen vagen umrisslosen begriff habe und zugleich geht wie ein schatten eine ahnung durch meine seele daß diese traumhaft stillen duftgesättigten sommerabende im garten meines vaterhauses einst wie ein verlorenes paradies hinter mir liegen werden ich weiß gar nicht wie das ist immer wenn ich so etwas schönes stilles ruhiges auf mich einwirken lasse und mir im grunde so recht wohl ums herz ist schwillt im selben augenblick etwas so trauriges wehmutsvolles in mir an gestern abend auch da legt elisabeth ihren arm plötzlich um meinen hals wovon träumst du thymie fragte sie und als ich aufsah bemerkte ich erst dass wir allein waren ich träume vom glück sagte ich ich möchte so gern einmal sehr sehr glücklich werden sag mal elisabeth was hältst du eigentlich für das größte glück auf der welt ja das kommt darauf an sagte sie ich glaube die begriffe von glück wechseln mit den jahren als kind war meine größte sehnsucht eine puppe die papa und mama sagen konnte als ich verliebt war hatte ich natürlich keinen sehnsüchtigeren wunsch als bald zu heiraten und nun nun wäre ich vollauf zufrieden wenn der liebe gott mir ein eigenes heim bescherte setzte sie träumerisch hinzu einen eigenen hartwinkel von dem mich niemand mehr verjagen kann am allerliebsten möchte ich ein so ganz kleines friedliches heim wie tante frieda so ne altjungfern kabuse rief ich erstaunt herrgott ich kann mir nicht denken dass es ein glück geben kann wenn kein mann dabei ist ja wenn man so jung ist wie du meint man das sagte sie nachdenklich aber wenn man älter wird sieht man ein daß die männer einen auch nicht selig machen wenn heute ein mann um mich anhielte den ich nicht liebe aber achte und der mir ein heim bietet dann würde ich nicht nein sagen aber noch lieber wäre es mir wenn ich zum beispiel in der lotterie gewönne und mir dann ein heim ohne einen ungeliebten mann gründen könnte verstehst du thymie vollkommen sagte ich und es ist ganz meine ansicht ich werde auch nur einen mann heiraten den ich liebe und das muß ein sehr idealer mann sein ein durchaus fehlerfreier mensch scherzte elisabeth vielleicht bin ich noch hier wenn du bräutigam schau hältst und dann helfe ich dir suchen nein den suche ich mir allein elisabeth sagte ich tante frieda kalfaktort nach wie vor in unserem haushalt herum elisabeth war ihr von anfang an zu jung für uns und sie sagte ihr das schon am ersten tage gerade vor den kopf ein junges hübsches alleinstehendes mädchen sollte sich immer in den schutz einer familie begeben sagte sie in ihrer bissigen weise wissen sie fräulein daß das haus eines unverheirateten mannes ein heißer boden für ein schutzloses mädchen ist sehen sie sich mann vor daß sie nicht in anfechtung kommen elisabeth war ganz erschrocken aber ich beruhigte sie und sagte sie sollte sich nichts dabei denken tante frieda wäre ein bisschen verrückt nun scheint tante frieda sich allmählich an elisabeth gewöhnt zu haben denn sie ist sehr nett zu ihr und ladet sie oft zu sich ein wie elisabeth überhaupt bei allen leuten die sie kennen sehr beliebt ist auch bei unseren verwandten wir beide werden auch hin und wieder zum kaffee eingeladen vorgestern waren wir bei tante wiebke der frau senator henning da war großer kaffeeklatsch zweiundzwanzig damen elisabeth ging tante beim servieren zur hand und ich hörte wie die älteren damen sie sehr wohlwollend kritisierten eine reizende person so bescheiden sagte frau senator jenz und so tüchtig und gebildet sagte frau doktor henning tante wiebke schwägerin sie spricht fließend französisch und spielt allerliebst klavier und alle handarbeit kann sie sogar schneidern setzte tante frieda hinzu thymians bluse aus lauter einsätzen und spitzen hat sie ganz allein genäht ach nicht möglich ich habe sie auch schon im stillen bewundert und dachte sie wäre aus hamburg nein solche perle ja da hat mein bruder in den glückstopf gegriffen als er die kriegte raunte und murmelte es von allen seiten und dann wurde die bluse besehen und bewundert und elisabeth bekam auch noch ein paar laute lobpreisungen ab die damen hatten alle eine handarbeit mitgebracht und wenn eine pause im gespräch eintrat häkelten und strickten und stichelten sie drauf los als ob der deibel dahinter wäre kuchen gab es en masse ich zählte vierundzwanzig körbe mit verschiedenem backwerk und nach dem kaffee gab es schokolade mit windbeuteln und schlagsahne und ich habe bei einer dame vier tassen kaffee und fünf tassen schokolade und sechs windbeutel gezählt die sie vertilgte dazu unzählbares anderes gebäck wenn die kein magendrücken gekriegt hat weiß ich es nicht geklatscht wird gar nicht denn es hat vor jahren hier mal eine eklige geschichte gegeben da hatten sie eine frau die angeblich ihren mann hinter ging herunter gehobelt und nichts davon gewusst dass eine die dabei war mit der betreffenden bekannt war die hat es der beklatschten nachher wiedererzählt und diese hat alle damen die über sie gesprochen haben beim schiedsmann verklagt da hat es heulen und zähneklappern gegeben und seitdem wird über niemand mehr geschimpft beim kaffeeklatsch allerlei tagesneuigkeiten wurden durchgehechelt vor allem die geschichte vom alten hinze das war ein alter schuster von siebzig jahren der unten am tiefschiff wohnt und niemals einer fliege etwas zu leide getan hat von seiner stallmauer war ein kleines stück abgebröckelt und da sie eben dabei sind ein neues posthaus hinter seinem garten zu bauen und dort tausende von ziegelsteinen liegen dachte er sich nichts dabei und holte sich ein paar zur reparatur und dachte nicht daran daß diese steine dem fiskus gehören irgendein lumpenhund von aufseher zeigte es an und vorige woche wurde der arme alte mann wegen diebstahl zu drei tagen gefängnis verurteilt er wäre gewiß nicht zu sitzen gekommen der kaiser hätte ihn sicher begnadigt aber er wollte es nicht darauf ankommen lassen und hing sich abends in seiner werkstatt auf als sie ihn andern morgens fanden war er schon tot es ist furchtbar traurig daß so etwas passieren kann mich dünkt es müsse noch ein besonderer gesetzesparagraf gemacht werden der doch einen unterschied zwischen nehmen und stehlen setzt denn das war doch nur genommen und nicht gestohlen sehr feinfühlig scheinen die leute die die gesetze schreiben nicht zu sein sonst würden sie solchen fall wie diesen in betracht gezogen haben und dann lebte der alte brave schuster hinze heute noch wenn man hinter der portiere in der besten stube sitzt kann man alles hören was im wohnzimmer und wenn man in diesem am guckfenster steht kann man alles hören was in der besten stube gesprochen wird seit ein paar tagen hab ich das heraus ich wollte mir aus der besten stube ein buch holen und hörte nebenan tante frieda mit vater plaudern für gewöhnlich hypnotisiert mich tante friedas holde stimme nicht besonders aber ich fing ein paar brocken auf die mich interessierten und da horchte ich ich weiß nicht was du willst sagte tante frieda sie ist ein braves tüchtiges mädchen aus anständiger familie mit tadelloser vergangenheit und thymie ist ihr auch sehr zugetan es ist das allerbeste du heiratest sie dann ist dir geholfen und thymie hat dann auch anhalt und alle schwätzerei hat ein ende aha dachte ich vater soll elisabeth heiraten na meins wegen wenn sie ihn will dann sprach vater er dächte gar nicht daran noch mal zu heiraten er hätte gerade genug gehabt von der ehekrüppelei all die jahre mit der siechen frau außerdem sei sie ihm auch zu jung da könnte er gewärtig sein daß ihm noch ein halbes dutzend kinder ins haus geschneit kämen das könnte er schon mir gegenüber nicht verantworten und wenn er schon überhaupt noch mal heirate vielleicht in späteren jahren wenn ich versorgt sei eine ältere käme nur eine sehr vermögende frau in betracht die apotheke sei zu stark belastet soweit hörte ich nachher interessierte mich das gespräch nicht mehr ich machte mir meine eigenen gedanken über das gehörte und freute mich königlich daß ich mehr weiß als sie denken übrigens dünkt mich tante friedas idee gar nicht mal so übel elisabeth wünscht sich nichts anderes als ein eigenes heim das können wir ihr bieten und dann haben wir sie fest so müssen wir uns fürchten daß sie uns mal weg geht ich habe mir's vorgenommen vaters bedenken zu zerstreuen und ein bißchen die vorsehung zu spielen wenn sie wirklich noch ein halbes dutzend kinder kriegten sehe ich doch nicht ein was mich das angeht zu hüten werde ich sie wohl nicht brauchen und im übrigen habe ich kleine kinder furchtbar gern ich will aber doch lieber noch nichts verlauten lassen und nur heimlich beobachten und schutzengel spielen ach ja das ist reizend ich will sie beide glücklich machen ich habe sie beide so schrecklich lieb und es würde mir gar nicht schwer fallen zu elisabeth mama zu sagen aber auch nur mama denn eine mutter hat man nur einmal und die meine ist beim lieben gott ein paar mal habe ich einen anlauf genommen vater ein wenig mut zu machen und ihm zu sagen er soll nur sein heil bei elisabeth versuchen und ich hätte gar nichts dagegen einzuwenden wenn er sie heiratet doch ich kam nie dazu ich schenierte mich immer ein bisschen im stillen beobachtete ich die beiden jeden tag und es scheint mir fast als bändle sich doch allmählich zwischen ihnen etwas an elisabeth hat ihre frisur geändert sie trägt das schwere blonde haar nicht mehr hochgesteckt sondern in einem tiefen knoten im nacken was ihr entzückend steht und sie viel jünger macht ich bemerke oft daß vater sie ganz sonderbar ansieht seine augen flimmern dann so komisch und auf seinen wangen stehen zwei brennende flecken und elisabeth wird dann jedes mal auch glühend rot ich glaube so fängt die liebe an es ist mir wirklich sehr interessant das zu beobachten und ich will alles genau aufschreiben damit ich weiß wie es gemacht wird wenn ich mal selbst verliebt bin es wäre auch zu komisch wenn vater sich nicht in sie verschöße wo sie doch so reizend und ich selber ganz weg von ihr bin elisabeth brauchte doch auch nicht so furchtbar schüchtern zu sein manchmal kommt es mir so vor als ob sie sich wahrhaftig ein wenig vor vater fürchtet in der letzten zeit ist mir das besonders aufgefallen das ist drollig sie ist doch schon vierundzwanzig jahre alt ich neckte sie einmal damit da wurde sie ganz rot und dann ganz böse das heißt was bei ihr böse ist zum ordentlich wütend werden ist sie ja viel zu sanft ganz sicher ist es dass sie jedes allein sein mit vater vermeidet wie dumm er muss sich doch aussprechen vor acht tagen wachte ich von einem geräusch auf wie ich aufsehe steht eine weiße gestalt vor meinem bett ich wollte schreien dann aber merkte ich daß elisabeth es ist sie zitterte am ganzen körper und konnte kaum sprechen darf ich die nacht bei dir bleiben thymie fragte sie ach und wie gern mit beiden armen hab ich sie in mein bett gezogen was hast du denn mutzi sagte ich denn sie zitterte noch immer wie espenlaub ich fürchte mich drüben sagt sie es ist so unheimlich mir war es grad so als ob jemand in meinem zimmer wär ich küsste sie und schmiegte mich fest an sie es war so mollig sie bei mir zu haben und nebenbei kam ich mir sehr wichtig vor daß meine zukünftige mama bei mir schutz suchte am andern tag kam eine einladung von onkel dirk für vater und mich und ich soll ein paar tage dableiben als vater den brief vorlas sah elisabeth plötzlich sehr unglücklich aus dann bleibe ich nicht bei euch sagte sie ich suche mir eine andere stellung na das finde ich nun gerade nicht schön einem gleich so vor die füße zu springen ich sagte ihr das auch komm doch mit wenn du nicht ohne mich hier sein magst sagte ich zu onkel dirks geburtstag bin ich nämlich jedes jahr draußen da wischte sie sich die tränen aus den augen und sagte sie will dann mitgehen wenn vater es erlaubt und so ist sie denn am mittwoch vor acht tagen mit uns hinausgefahren onkel dirk holte uns mit seinem wagen ab ich bin sehr gern mal eine woche draußen unser land hat ja weiter keine großen schönheiten keine berge keine wälder aber es hat doch seinen besonderen reiz die höfe liegen wie große bauminseln im grünen land und wenn die abendnebel in weißen schaumigen wolken über die fennen ziehen sehen sie wie richtige inseln in einem weiten wallenden brodelnden wasser aus abends liegt auch so ein tiefer satter frieden über der landschaft wenn die untergehende sonne rot und rund am horizont steht und die nebel aufsteigen wie schleier und sie einhüllen und hier und da ein verschlafenes rind aufbrüllt oder ein pferd wird und alles so weit und still daliegt ringsum habe ich dieselbe empfindung wie sommerabends in unserem garten auf onkel dirks geburtstag ging es nun eben nicht still zu die halbe masch war zusammengetrommelt vor kurzem ist onkel dirk in den landtag gewählt und deshalb kamen noch mehr menschen als sonst zum gratulieren es wurde sehr viel rumpunsch getrunken ich habe aber nichts getrunken ich habe noch immer einen merkwürdigen abscheu gegen das süße starke zeug und viele reden wurden geschwungen nachher wurde im pesel auch noch getanzt und vater tanzte einen walzer mit tante trina dirk thomsons frau dann einen galopp mit tante frauke und dann einen walzer mit elisabeth nachher sah ich dass elisabeth mich suchte aber ich versteckte mich warum weiß ich nicht es war sehr heiß im pesel trotzdem es schon anfang oktober ist ich sah dass elisabeth hinausging und bemerkte dass vater ihr nachging da lief ich durch die wohnstube von hinten herum hinter beiden her elisabeth ging durch die haustür in den garten und vater hinterher und ich über die stachelbeerbüsche die den weg einsäumen wieder vater nach nun geht's los dachte ich und freute mich auf die liebeserklärung die ich anhören wollte leider konnte ich ohne gesehen zu werden nicht ganz mitgehen sie standen immerhin einige schritte von mir ab und vater redete so leise auf elisabeth ein dass ich nichts verstehen konnte elisabeth rief nur her gotte ball es klang fast drohend wie ein hilfeschrei und dann noch mal energischer her gotte ball und dann sah es aus als ob sie sich los riß und wie der sturm den gartenweg hinauf ins haus und vater langsam hinterdrein ich war sehr enttäuscht und sehr ungehalten auf elisabeth die mit ihrer scharfigkeit alles verdorben hatte ich konnte mir nicht helfen als wir allein nachher in unserem schlafzimmer waren sagte ich ihr meine meinung und fragte sie ob vater ihr vielleicht nicht gut genug sei und mich dünkte wir bieten ihr doch ein ganz hübsches heim da küsste sie mich und sie war ganz blass und aufgeregt merkte ich ach kind was weißt du sagte sie dein vater denkt nicht daran mich zu heiraten doch sagte ich ich hab's ja selber gehört dass er es zu tante frieda sagte da stutzte sie wirklich ja wirklich sagte ich und dachte erst nachher daran dass es eigentlich gelogen war ach was das kommt ja später alles von selbst die hauptsache ist dass sie einander lieben am nächsten morgen fuhr vater wieder nach haus und an dem folgenden tag telegrafiert vater elisabeth möchte kommen weil das mädchen erkrankt war und sie niemand hatten der ihnen essen kochte elisabeth hätte gern gesehen wenn ich mit heimgefahren wäre aber ich wollte nicht weil wir den nachmittag zu pons sollten was immer ein haupt ulk ist deshalb mußte onkel dirk sie allein zurückfahren die pons sind nämlich zu spaßige menschen sie haben geld wie heu und keine kinder und sind dabei so furchtbar geizig sie schlafen keine nacht zusammen wie andere eheleute nein gott bewahre die erste hälfte von der nacht schläft onkel und tante sitzt im wohnzimmer wo der geldschrank steht und die zweite hälfte von der nacht schläft tante und dann wacht onkel denn sie sind so schrecklich bange vor einbrechern die andere nacht geht's umgekehrt und so alle nächte die ganzen jahre im höchsten sommer essen sie schmalz auf brot und verkaufen die butter ich war einmal in den hunstagen da da gab es specksuppe das heißt eine wässerige salzige brühe und geil fetter speck dazu weil das am besten vorsteht abends hatten sie zur feier des tages ein stück trockenen hofkäse auf dem tisch und als ein nachbar hereinkam versteckte tante den käse unter ihrer schürze damit der mann nicht sehen sollte wie üppig sie lebten es ist zum schießen als onkel vor einigen jahren im flensburger krankenhaus operiert wurde und tante ihn besuchte ist sie spätabends im strömenden regen den weiten unbekannten weg vom bahnhof dahin zu fuß getapst weil ihr der groschen für die pferdebahn zu schade war darüber ließen sich lustige bücher schreiben einmal kamen wir um die schlachtzeit unverhofft dort an als mutter noch lebte sie hockten bis an den hals in frischem fleisch denn sie hatten zwei ochsen und ein schwein geschlachtet aber wer meint daß wir einen frischen braten aufgetischt gekriegt hätten der schneidet sich gott behüte ein stück brandsalziges überjähriges pökelfleisch wurde gekocht und uns serviert dazu knüppelhartes schwarzbrot und bittere butter tante sagte mal andere leute fressen alles auf und hängen alles am start aber wir sind für das bare immer sünik fußnote sparsam an der tun lang aber einen ordentlichen schab voll geld das ist das wahre mein vetter jakob thompson fuhr mich und unseren vetter lude lewsen hinaus pohns wußten nicht daß wir kamen und tante war zur stadt mit ihrem gebiss an dem etwas kaputt war onkel lehnsmann rieb sich die hände und sagte aber kinder kinder ihr hättet uns doch eine kleine hand schreiben können nun weiß ich nicht womit ich euch bewirten soll denn tante hat den speisekammer schlüssel mitgenommen ich platzte beinahe vor lachen aber jakob hielt sich ernst und sagte vielleicht passt ein anderer schlüssel in die speisekammer ich hab meinen schlüsselbund von zu hause zufällig in der tasche ach nein ach nein sagte onkel beklommen nachher gingen onkel und lude und ich in den appelgarten da es kein reichliches obstjahr ist hing nicht viel auf den bäumen nur ein mittelgroßer birnbaum hatte ziemlich viel auf handgroße kerle aber onkel suchte unsere aufmerksamkeit davon abzulenken und sagte es wären maulzieher aber ich glaubte ihm nicht und pflückte eine ab und bis hinein onkel zuckte ordentlich zusammen vor schreck ach und es war eine so kostbare frucht zuckersüß und saftig und wie lude lewsen das hörte riss er eine ganze masse ab und steckte mir und sich die taschen voll ach gott ach gott jammerte onkel was soll tante sagen die birnen sollten ja dienstag zu markt und verkauft werden erst wir und dann andere sagte lude und wir putzten was das zeug hielt drauf los und ein paar grabensteiner äpfel erwischten wir auch noch unterdessen war jakob an der speisekammer gewesen und der kuckuck mag wissen wie aber es war ihm geglückt sie aufzuschließen nachher kam jemand und wollte den lehnsmann sprechen und da liefen wir alle drei in die speisekammer die töpfe und krugen zu untersuchen zuerst fielen uns zwei gläser mit eingemachten quitten und hagebutten in die hände sie waren nach meinem geschmack zu sauer jakob ist sonst kein freund von solchen sachen und lude ist eigentlich niemals kompott aber aus ulk aßen wir was wir konnten so dass nur noch in jedem glas ein paar drin blieben sonst war nicht viel leckeres zu holen erst ganz zu allerletzt entdeckten wir einen topf mit saurem aal der wurde im triumph ausgesponnen und in eine asiette geleert und hineingetragen als onkel das sah schlug er die hände über dem kopf zusammen und fing laut an zu lamentieren kinder kinder was soll tante sagen die ganzen aale die der alte inger peters mir als präsent gebracht hat tante hat sie eingekocht und sie so sünig aufgehoben für besondere fälle wenn mal krankheit kommt oder sowas ach was sagten wir und futterten drauf los und als onkel sah daß wir nicht geneigt waren etwas übrig zu lassen holte er sich rasch auch messer und gabel und haute mit hinein der aal will schwimmen onkel sagte jakob hast du nicht ein glas wein im keller tante hat die schlüssel sagte der onkel da stand jakob auf ging hinaus und schickte den knecht ins dorf und ließ zwei flaschen wein holen auf onkel lehnsmanns rechnung und als wir die aushatten machten wir rasch dass wir weg kamen denn wären wir von tante frauke überrumpelt worden hätte es spektakel gegeben es war ein ulkiger nachmittag ich habe tränen gelacht ich bin lange nicht mehr zum einschreiben gekommen hier passiert ja auch so wenig ich fürchte mit der heiraterei von vater und elisabeth wird es nichts ich will mich auch nicht mehr darum bekümmern wenn sie ihn nicht will soll sie's bleiben lassen ich glaube er will sie auch nicht manchmal kommt es mir vor als ob er sie nicht einmal recht leiden kann elisabeth ist manchmal sehr still und gedrückt ich glaube sie trauert doch noch immer ein bisschen ihrem ungetreuen pastor nach sie ist auch so sehr blass will es aber nicht wissen wenn ich sie frage ob ihr etwas fehlt wird sie rot und sagt nein nein gelungen ist das mit ihr zu weihnachten hat sie mir einen entzückenden schlafrock aus rosa flanell mit einer kleinen schleppe gemacht und mein braunes samtkleid das nach ihrer angabe gearbeitet ist erregt auf der eisbahn allgemeines aufsehen sie hat riesig viel schick und geschmack sie läuft auch sehr gut schlittschuh und der neue junge doktor der jetzt hier wohnt macht sich gern an sie heran vielleicht kriegt sie den es wäre schade wenn wir sie verlören aber ich gönne ihr doch dass sie glücklich wird osdorff ist auch immer auf der eisbahn und läuft viel mit ihr mich düngt er wird immer dümmer trotzdem er sein einjährigen zeugnis jetzt mit knapper not erlangt hat es wird auch zeit im april wird er einundzwanzig osdorff mag so schrecklich gern frisieren und hat auch riesig viel geschick dazu ich kann ihm keine größere freude machen als wenn ich ihm erlaube mich zu frisieren dann kämmt und bürstet brennt und tupiert er mein langes schwarzes haar und macht die kunstvollsten frisuren bald scheitelt er es und kämmt es tief über die ohren und macht eine nackenhaarschlinge bald stellt er es hoch er macht wirklich großartige frisuren elisabeth hat er auch lange gequält sie frisieren zu dürfen und weil ich mitbettelte hat sie einmal nachgegeben da hat er ihr das helle haar wie eine krone aufgesteckt aber direkt wie eine krone sie sah ordentlich königlich damit aus osdorff verkehrt jetzt auch in hiesigen familien sie sind arg hinter ihm her weil er ein graf ist sie kennen alle seine liebhaberei und zum harmonieball sind eine ganze masse damen zu konrad lütte gegangen wo osdorff eingeladen war und haben sich von ihm frisieren lassen er soll seine sache so gut gemacht haben wie ein pariser friseur die damen waren voll lob für ihn und nannten ihn ein genie darüber muß ich lachen der arme osdorff und ein genie daß ich gott erbarme vorige woche ist osdorff zur stellung gewesen und zum militärdienst untauglich befunden er war einfach selig und sagte es thäte ihm nur leid daß er so zu dem verfluchten examen gebüffelt hätte er soll nur noch ein jahr hier bleiben und dann als volontär auf ein gut und landwirtschaft studieren das ist auch was für das faultier lieber sollten sie ihm einem friseur in die lehre geben das ist das einzige wozu er lust und talent hat aber natürlich ein osdorff mit zwei effen hier im hause ist nicht alles wie es sein soll es scheint mir wirklich so als ob vater elisabeth nicht recht ausstehen kann und sie grämt sich darüber wahrscheinlich weil sie denkt daß er ihr kündigt was sie aber nicht zu befürchten braucht solange ich noch da bin vater tut ja doch alles was ich will ich weiß nicht was er an elisabeth auszusetzen findet zuerst machte er ihr doch immer so verliebte augen vor einigen tagen kam ich mittags in ihr zimmerchen da lag sie langen wegs in ihrem bett und weinte schluchzte ich weiß nicht wie das war aber mir war die brust plötzlich wie zugeschnürt eine entsetzliche angst kam über mich elisabeth sagte ich leise und strich über ihr haar da sah sie mich mit ihren nassen augen so seltsam an ich weiß nicht wie ich mich ausdrücken soll mein herz zitterte und die tränen schossen mir in die augen was ist dir elisabeth sagte ich ich habe solche angst sagte sie wovor ich weiß nicht sagte sie und drückte beide hände gegen die brust eine so schreckliche entsetzliche angst ich suchte sie zu beruhigen aber mir war selbst schwül zumute ich glaube elisabeth ist nicht gesund irgend etwas steckt ihr in den gliedern vielleicht ein nervenfieber sie sieht furchtbar miserabel aus beinahe drei monate sind vergangen seitdem ich zuletzt einschrieb ich wollte es schon viel früher tun aber ich konnte nicht es war mir nicht möglich meine gedanken zu fassen etwas furchtbares entsetzliches ist über uns gekommen ich weiß nicht wie mir ist ich gehe manchmal wie in einem traume umher und weiß nicht ob ich lebe oder schlafe und dann wieder ist mir als sei ich plötzlich viele jahre älter geworden während ich hier sitze und schreibe steigt mir wieder das wasser in die augen und meine wangen brennen und ich schäme mich und bin traurig bis ins herz alles kann ich nicht niederschreiben aber ich will versuchen meine gedanken zu sammeln und wenigstens das wichtigste festzuhalten wie ich das letzte mal einschrieb war es mir schon aufgefallen daß elisabeth immer sehr verstimmt schien und recht schlecht aussah manchmal gelang es mir sie aufzuheitern aber nachher wurde sie dann immer desto stiller an mutters todestag am einundzwanzigsten mai gingen wir abends mit kränzen und blumen auf den kirchhof das heißt elisabeth und ich es war ein schöner stiller abend die narzissen rochen wieder so intensiv und der himmel stand hoch und hellblau von feinen dunstgrauen wolken wie mit einem leichten hauch umzogen über uns elisabeth setzte sich auf die kleine bank hinter dem grabkreuz und ich ordnete die blumen ich gehe nicht mehr so oft auf den kirchhof aber jedes mal wenn ich an mutters grab stehe kommt doch noch immer ein wehes gefühl in mir auf auch an jenem tage ist es nicht schrecklich so jung sterben zu müssen elisabeth sagte ich mutter war erst einunddreißig jahre alt ich denke es mir fürchterlich so früh sterben zu müssen elisabeth hielt die hände im schoß gefaltet und lehnte den kopf an das schwarze marmorkreuz und sah nach oben gar nicht fürchterlich ist das sagte sie im gegenteil die toten soll man beneiden nicht betrauern da unten in der kühlen erde liegt sich's gut wer es erst so weit gebracht hat nur der sprung hinunter ist schwer aber auch das wird überwunden nur die zähne zusammengebissen und die augen zu was redest du da elisabeth fragte ich erstaunt da fuhr sie zusammen als hätte ich sie aus dem schlaf geweckt nichts sagte sie verstört und stand auf genau acht tage später sagte elisabeth nach dem vespercafé dass sie einen sprung zu tante frieda gehe ich las gerade einen sehr spannenden roman aus dem englischen und mochte nicht gleich mitgehen ich komme nachher nach sagte ich adieu kleine thymian sagte sie und gab mir ihre hand und es fiel mir auf daß sie eiskalt war dann küßte sie mich rasch und ging hinaus ich sah ihr nach wie sie über den marktplatz ging der schwarze tüllhut mit den la france rosen und das kleine schwarze tuch bolero standen ihr so entzückend und ich freute mich noch darüber wie elegant sie immer aussieht in ihren einfachen sachen an der itzstraßenecke begegnete ihr der dr möller der deckelte tief und sah ihr nach haha dachte ich bei mir denn ich meinte sicher daß ich mit den beiden was anspinnte wo er ihr immer auf der eisbahn diesen winter schon den hof machte um halb acht machte ich mich auf den weg zu tante frieda erfuhr dort aber zu meiner verwunderung daß elisabeth da überhaupt nicht gewesen war ich wußte mir keinen rechten reim darauf zu machen denn es war nicht elisabeths mode daß sie mich belog anstandshalber hielt ich mich ein halbes stündchen bei tante frieda auf und segelte dann weiter weil es ein prachtvoller warmer abend war bummelte ich noch ein bißchen durch die anlagen und setzte mich ein paar minuten auf eine bank nieder wie ich da sitze kommt der polizist harnhaus in voller karriere daher sieht mich stutzt und kommt auf mich zu ach fräulein gotteball sagte er unten an der schleuse ist ein unglück passiert da hat sich eine frauensperson ertränkt und der nachtwächter hinz der sie aufgefischt hat meint es wäre ihre haushälterin sie müssen sie erkennen wollen sie rasch mal mit die paar schritte hinunter gehen vielleicht rekognoszieren sie sie ich sagte gar nichts der mund war mir wie zugestopft aber wie ich mechanisch hinter harnhaus herlief hatte ich gar kein wirklichkeitsgefühl es ist mir nur so gewesen als ob ich träumte und nichts hat mir so fern gelegen als der gedanke es könne sich wirklich um elisabeth handeln unten an der schleuse standen aber fünf menschen und ein dunkler langer körper lag auf der erde und daneben kniete dr möller den ich vorher über den marktplatz hatte gehen sehen ich lief rasch hinunter den augenblick den ich dann durchlebte kann ich nicht beschreiben es war elisabeth ich kannte sie an ihren kleidern die wie ein nasses tuch um ihre glieder klebten ihr gesicht hätte ich vielleicht nicht erkannt es sah entsetzlich aus grün schmutzig die augen starr aufgerissen wie versteinert im todeskampf die züge verzarrt der mund offen das aufgelöste haar hing in langen nassen klumpigen strähnen über ihre schultern nie in meinem leben vergesse ich den anblick ich konnte gar nichts sagen meine knie schütterten ich schrie laut auf und sah und hörte nichts mehr wie aus weiter fahne hörte ich eine bekannte stimme als ich wieder zur besinnung kam bringen sie sie meinethalben ins armenhaus keinesfalls kann man herrn gottebald zumuten die leiche bis zur beerdigung im haus zu behalten sie sprengten mir wasser ins gesicht aber ich glitt wieder in meine bewusstlosigkeit zurück und als ich zu mir kam konnte ich mich erst gar nicht besinnen was geschehen war die tote lag noch auf demselben fleck aber die polizei hatte mühe die leute fernzuhalten die herbei kamen denn die kunde von dem ereignis hatte sich wie ein lauffeuer verbreitet dr möller half mir aufstehen herrgott war das eine ohnmacht sagte er und dann faßte meinert mich unter um mich nach hause zu bringen da kam mir erst wieder das bewußtsein elisabeth soll nicht ins armen haus sie gehört zu uns schrie ich aber sie hörten nicht auf mich und meinert zog mich mit fort die ganze stadt war in aufruhr vor allen türen standen leute und an den straßenecken gruppen von menschen und meinert drückte meinen arm und sagte ich solle nicht heulen und aufsehen machen es gäbe ohnehin genug getratsch ich kann nicht viel mehr darüber schreiben die erinnerung regt mich noch so entsetzlich auf daß meine hände beim schreiben zittern vater war kreideweiß bis in die lippen grauenhaft grauenhaft sagte er einmal über das andere ich riegelte mich in meiner stube ein und warf mich aufs bett und weinte aber bei alledem war's mir noch immer so als sei das alles nicht in wahrheit passiert als würde elisabeth im nächsten augenblick bei uns eintreten und sich an mein bett setzen und als würde dann alles gut sein nach einer weile wurde die tür aufgemacht und vater kam herein im paletot und er sagte er wollte mir rasch adieu sagen er hätte eine depesche bekommen und er müsse geschäftlich ein paar tage nach hamburg er hatte es sehr eilig und ich war auch nicht zum sprechen aufgelegt nachher ging ich noch runter im eßzimmer stand der abendbrottisch aber nur meinert und der lehrling hatten gegessen die übrigen drei gedecke lagen unberührt auch für elisabeth war noch mitgedeckt ich wusste vor angst und pein nicht was ich machen sollte lief ins wohnzimmer ans fenster und sah dass der marktplatz voller menschen war einige standen vor unserem haus und gafften hinauf und jemand stieß schimpfworte aus ich glaube es war die frau vom fischer hannemann sohn aß sohn aß schrie sie immerfort an galli und ratschalen sie anbringen um elf uhr ging ich wieder nach oben in mein zimmerchen und legte mich nieder aber ich konnte nicht einschlafen es war so lummerig warm und angst und entsetzen saßen mir wie ein gespenst auf der brust immer stand mir das fürchterliche bild der ertrunkenen vor augen meine arme gute elisabeth jetzt weiß ich eigentlich erst wie lieb ich sie hatte es war so dunkel ich fürchtete mich licht anzumachen und zog das deckbett über das gesicht und schluchzte mich endlich in den schlaf aber ich kann nur ganz kürze zeit geschlafen haben denn ich wurde wach als es ein uhr schlug und sofort sah ich wieder das grauenhafte bild vor mir ich zitterte an allen gliedern vor angst und wagte mich nicht zu rühren es war mir als wüchse mir das herz in der brust und würde groß und schwer wie ein mühlstein warum hat sie das getan dachte ich wieder und immer wieder und eine dunkle ahnung von etwas furchtbarem das geschehen war ging durch meine seele mit einem mal fing es an zu grollen als ob fernherr ein wildes tier brüllte ich kann nicht beschreiben was ich in diesen nachtstunden ausgestanden habe nun wurde es plötzlich hell ich fuhr empor und sah die ganze stube in blauem feuer und in der ecke stand elisabeth im weißen nachtkleid mit dem gräßlichen grünlichen entstellten gesicht und den langen nassen haaren und den aufgerissenen augen ich stieß einen furchtbaren durchdringenden schrei aus und das feuer erlosch aber die gestalt blieb in der ecke und starrte mich an und ich schrie und schrie ich glaube ich wäre wahnsinnig geworden wenn ich die nacht hätte allein zubringen müssen was ist denn los thymian warum schreien sie denn rief meinard hinter der tür und als ich nicht aufhörte zu schreien machte er die tür auf und trat ein und beugte sich über mich ich klammerte mich mit beiden armen an ihm fest und konnte zuerst kein wort hervorbringen und zeigte nur nach der ecke wo das gespenst stand und stammelte von dem was ich gesehen hatte ja sagte er und lachte es ist gewitter und dem gespenst in der ecke wollen wir gleich den hals umdrehen guck mal her thymie und da ging er hin und griff die weiße gestalt an und da sah ich dass es das handtuch war das ich im spiegel gesehen hatte aber nach lachen war mir nicht zumute und ich bat meinard flehentlich nicht fortzugehen weil ich mich tot ängstigte er setzte sich bei mir auf den bettrand und legte den arm um mich und die warme nähe eines menschen tat mir wohl und beruhigte mich warum hat sie das getan herr meinard warum hat sie es nur getan sagte ich sagen sie mir alles wenn sie es wissen er streichelte mir mit der rechten hand die wangen und küßte mich und obgleich es sich nicht schickt ließ ich es geschehen ich war so verwirrt und durcheinander daß ich an nichts dachte als an das furchtbare ja thymie weißt du das wirklich nicht sagte er und ich fand nichts darin daß er mich plötzlich wieder dutzte seit meiner konfirmation nannte er mich sonst sie ein so großes gescheites mädel bist sonst so helle und hast augen und siehst nichts das überspannte frauenzimmer hatte ein verhältnis mit deinem vater und bildete sich ein daß er sie heiraten werde und weil er dies nicht wollte und es bei ihr brannte geht sie in ihrer übergesottenheit hin und erseuft sich weshalb wollte vater sie nicht heiraten und wieso brannte es bei ihr fragte ich gott bist du dumm thymie sagte meinard und seufzte und dann erzählte er mir dass die elisabeth in anderen umständen gewesen sei und ich dürfte deshalb nicht schlecht vom vater denken es sei einmal so dass ein gesunder mann in seinen jahren die frauen brauchte ebenso wie die frauen die männer brauchten das sei eine einrichtung der natur die sich nicht verleugnen lasse vater benehme sich sehr nobel gegen die frauenzimmer bezahle ihnen das wochenbett und tausendmark schmerzensgeld und sorge für das kind bis zu der konfirmation wenn aber vater solch eine person heiratet hätte ich den schaden davon denn dann wäre jedes kind mit mir gleichberechtigt und die erbschaft würde nachher für mich wässrig so kriege er solch einen balg für fünfzig thaler jährlich in hamburg unter der reinhard ihr junge sei gleich gestorben und die tausend mark bekam sie doch die hätte ein feines geschäft dabei gemacht der brauchten wir nur mit dem finger zu winken da käme sie wieder zu uns sagte er roh aber wir mögen sie nicht mehr sie ist uns zu fett die ist wieder putzmunter und fidel mit der elisabeth war das von vornherein schwer ich hätte mich nicht an sie herangewagt und habe auch deinen vater gewarnt die sorte spekuliert nur auf die versorgung nein das hat sie nicht getan aber elisabeth war ein anständiges mädchen schrie ich und stieß meiners hand die immerfort über meine wangen strich fort denn seine berührung verursachte mir plötzlich ekel und grauen ja dann will ich man gehen sagte er und stand auf als er schon an der tür war überfiel mich wieder die angst ich fing an zu weinen und da kehrte er um und setzte sich wieder auf mein bett und nahm meinen kopf in seine beiden hände und beugte sich tief über mich so dass ich trotz der dunkelheit gerade in seine flimmernden blauen augen sehen musste ich weiß nicht wie mir war ich wusste damals auch nicht wofür und vor was ich mich eigentlich so grenzenlos fürchtete mein herz klopfte vor angst mir graute vor meinert und doch ging ein seltsames zucken und beben durch meinen körper irgendein fremdes rätselhaftes empfinden das ich nie vor dem kannte ich duldete seine küsse und duldete es daß er mich fester und fester an sich drückte ich war wie betäubt ich wollte mich aus seiner umklammerung befreien und ihn abschütteln aber ich hatte nicht die kraft dazu im morgengrauen schlief ich ein und erwachte erst spät am anderen vormittag zuerst meinte ich ich hätte alles geträumt aber nach und nach kam mir das bewusstsein der wirklichkeit da drückte ich den kopf in die kissen und weinte denn ich schämte mich so sehr und fürchtete mich meinert anzusehen und mit ihm zu sprechen wie ich noch vor mich hinschluchzte ging die tür und meinert kam herein er sprach sehr gut sehr zärtlich zu mir und sagte ich wäre nun seine geliebte und wir würden niemand unser geheimnis merken lassen er liebe mich ja seit meiner kindheit vielleicht würden wir uns noch mal heiraten vorläufig sei es so viel schöner ich antwortete nichts konnte nichts antworten zwei tage später ist elisabeth vom armenhaus aus beerdigt ganz in der stille frühmorgens haben sie sie hingebracht damit möglichst wenig leute davon gewahr werden und kein auflauf entstehen sollte mitten zwischen den armen leutegräbern liegt ihr hügel ich habe blumen und efeu darauf gepflanzt und besuche sie oft arme arme elisabeth mir ist so schwer ums herz ich bin so unglücklich ich möchte immerzu weinen morgen mehr abschnitt sechs von tagebuch einer verlorenen von margarete böhme diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von jessie ach gott ist das haus öde seitdem elisabeth tot ist wir haben jetzt eine witwe als haushälterin eine schmeichlerische behäbige person mit einem glatten weißen gesicht und schwarzem haar frau lene peters heißt sie sie spricht sehr langsam und sieht die worte am ende in die länge als ob sie singen wollte ich kann sie nicht leiden obwohl sie immer sehr nett zu mir ist und sehr mütterlich tut es liegt etwas falsches in ihrem wesen sie ist immer so um vater herum wenn er sich an der vergreift ist's kein wunder sie macht es ihm leicht ins wasser geht die nicht davor ist mir nicht bange früher habe ich auf so etwas gar nicht geachtet aber jetzt seh ich mit zwei augen was um mich vorgeht manchmal ergreift mich ein fürchterlicher widerwille vor mir selber und vor meiner ganzen umgebung zwischen vater und mir steht eine unsichtbare wand er fühlt sie nicht aber ich elisabeth schatten geht zwischen uns um ich weiß ich habe kein recht vater der mich unendlich liebt zu verdammen aber in den schrecklichen stunden ist etwas in mir untergegangen die achtung und das vertrauen zu meinem vater sonst habe ich gewiß kein recht mich auf das hohe pferd zu setzen herr gott bin ich elend seit jener nacht ich möchte am liebsten fort ich hasse meinert und doch gehöre ich ihm fort und fort an oft riegele ich mich abends in meinem zimmerchen ein aber es ist wie behext mitten aus dem schlafe wache ich auf von seinem leisen anpochen und wenn ich gleich mit zusammengebissenen zähnen erst still liegen bleibe und mich nicht rühre eine geheimnisvolle macht die stärker als mein wille ist treibt mich schließlich doch auf und zur tür daß ich öffne ich bin ganz verändert seit jener verhängnisvollen nacht zuweilen meine ich die leute könnten mir ansehen was mit mir ist ich mag niemand mehr gerade in die augen blicken besonders vor tante friedas scharfen augen fürchte ich mich sie guckt mich oft so verdächtig an dass ich manchmal denke sie ahnt etwas aber ich selber sehe die leute auch anders an als früher ich kann zum beispiel nicht mehr unbefangen mit ostdorf verkehren ich muss immer seine hände betrachten diese weichen weißen schönen hände die mir früher schon so gut gefielen nur dass mir heute ganz merkwürdige empfindungen kamen während ich auf sie hin sehe ich spüre zuweilen ein heftiges verlangen mich von diesen schönen glatten weißen händen schlagen zu lassen einmal wurde der wunsch so stark in mir dass ich es ihm sagte schlagen sie mich sagte ich kratzen kneifen sie mich ostdorf ich möchte mir schmerzen von ihren händen bereiten lassen er sah mich verwundert an unsere blicke begegneten einander in seine matten augen trat ein seltsames flimmern dasselbe flimmern das ich zum ersten mal in jener unheimlichen nacht nach elisabeths tod in meinerts augen bemerkte ach unsinn wo werde ich ihnen wehtun thymian schöne mädchen sind da um geliebt zu werden gekost gestreichelt ich bin doch kein rüpel dabei fuhr er mir mit der samtweichen hand ganz sachte und langsam über die wangen ich schloss die augen um sein gesicht nicht zu sehen dieses blödsinnig dumme gesicht mit den hellgrauen schellfisch augen aber die hände die hände sie machen mich ganz verrückt seitdem nennen wir uns du und treffen uns oft an einsamen otten trotz seiner geistesarmut und seinem kreatin gesicht liebe ich ihn so ich weiß nicht wie so wie ich als kleines kind die puppe im hellblauen seidenkleid die vater mal von der reise mitgebracht hatte liebte ich liebe ihn wie eine sache an die man sich gewöhnt hat wie einen gebrauchsgegenstand von dem man sich nicht trennen mag wir haben uns gelobt ewig treue freunde zu bleiben wohin uns das schicksal auch verschlägt seine hände liebe ich immer noch wahnsinnig oh gott wieder mal was neues zu registrieren vater heiratet wieder und wen madame lene peters donnerwetter die hat's verstanden ich habe ordentlich ein bisschen respekt vor ihrer klugheit oder vielleicht vor ihrer verschlagenheit vorigen sonntagvormittag sagte vater es mir mir schien er war etwas bedrückt es könnte nicht so weitergehen sagte er die wirtschaft mit den haushälteren eine frau müsse wieder ins haus da er keine lust habe erst lange auf brautschau zu gehen nähme er die erste beste nämlich die peters die ja eine sehr nette resolute und sparsame frau sei ob ich etwas dagegen habe nein sagte ich und wurde totenblaß denn das blut rann mir eiskalt zum herzen ich dachte an elisabeth die ihr junges leben hingeben mußte um dieser falschen ordinären person die sicher früher mal dienstmädchen war den platz zu räumen freilich ist lene peters schlauer als die arme arglose elisabeth es war sie will erst den standesamtlichen zivilversorgungsschein du sollst nicht darunter leiden mein herzenskind sagte vater der mein erblassen wohl falsch deutete dein vermögen ist dir sichergestellt und du brauchst dir nichts von ihr befehlen zu lassen sie hat dir gar nichts zu sagen wenn mal was vorfällt sollst du dich nur an mich wenden nächsten sommer fahren wir beide du und ich nach sylt oder zopot du sollst die welt kennenlernen und bewundert werden mein einziges ich antwortete nicht und hielt still wie ein schlachtlamm als er mich küßte am andern tag wurde das aufgebot bestellt samstag über drei wochen wollen sie sich trauen lassen meinetwegen mir ist alles egal ich wünsche ihnen glück also nun ist lene frau apotheker gotte wall ich komme leidlich gut mit dir aus mutter sage ich natürlich nicht zu ihr anstandshalber tue ich mir den zwang an und nenne sie tante übrigens scheint es mit der heirat doch pressiert zu haben meinert meint es wenigstens ich verstehe nur nicht wie sie es angestellt hat durchzusetzen was keiner andern vor ihr gelungen ist sie ist unwissend und dumm wie eine gans und ihre schönheit kann sie auch tragen trotz ihres glatten gesichts und ihrer molligen quabbeligen formenfülle meinert sagt sie hätte einen kapitän heiraten müssen warum fragte ich nun meint er der hätte dann wenigstens einen meerbusen vor augen gehabt ich mußte über den dummen witz lachen obwohl mir jetzt gar nicht der sinn nach lachen und lustig sein steht ich weiß nicht mir ist so dumm zumute so dumpf und benommen ich habe oft herzklopfen meinert hat mir digitales tropfen gegeben aber die nützen auch nichts der moralische widerwille den ich seit monaten vor mir selber empfinde wächst sich manchmal zum physischen ekel aus ich sage meinert nichts davon er noch ostdorf neulich abend bekam ich solchen ekel vor salzgurken die auf dem tisch standen wie ich sie ansah verwandelten sie sich vor meinen augen in lauter grüne widerliche schlangen die ganze nacht ringelte und würmte das grüne zeug vor meinen augen herum es ist ja grässlich mir ist so bange ich weiß nicht vor was lieber gott im himmel als ich das tagebuch zu schreiben anfing hätte ich nicht daran gedacht dass ich so viel erleben würde eigentlich viel gutes und erfreuliches habe ich bisher nicht zu berichten gehabt es lohnte sich deshalb eigentlich nicht es aufzuschreiben aber es ist mir ordentlich eine erleichterung wenn ich einmal mein herz so recht von inwendig heraus ausschütten kann es ist mir dann gerade so als ob ich zu einer vertrauten freundin spreche also mir ist schon lange nicht wohl und eine heimliche angst war in mir vor unbekannter gefahr die mir drohte manchmal schloss ich mich ein und weinte ich weiß nicht weshalb vor lauter innerer traurigkeit und bedrücktheit und dann wurde mir etwas leichter die lene sah mich zuweilen argwöhnisch an und stellte einmal allerhand verfängliche fragen ob ich wüßte so und so nein das mag ich nicht alles niederschreiben ich wurde dunkelrot und dann wieder kreideweiß und die lene wurde auch grünweiß vor wut und plötzlich ehe ich mich versah wirft sie mir rechts und links ein paar ohrfeigen an den kopf daß mir hören und sehen vergeht und ich laut aufschreie da kommt vater hereingestürzt und als er sieht daß die lene mich haut packt er sie am arm reißt sie zurück und schmeißt sie gegen die wand und stößt mit dem fuß nach ihr und will sie schlagen aber ich warf mich dazwischen und die lene heult laut und schreit alles heraus sie hätte es schon lange an meiner wäsche gemerkt und ich täte schande übers haus bringen es sei kein gutes haar an mir ich taugte in meiner haut nichts und sie bereute es in solche familie hineingeheiratet zu haben vater solle sich nur seine hoffnungsvolle tochter einpökeln da ist er wieder auf sie zugestürzt ich lief hinaus und schlug die tür hinter mir ins schloss und rannte die treppe hinauf in meine kammer und schloss auch da die tür zu und warf mich aufs bett und starrte mit heißen backen und trockenen augen geradeaus zur decke und es war mir so weh so ich weiß nicht wie und mein kopf glühte und hämmerte als ob feuer darin wäre ich konnte auch nicht richtig denken und überlegen die gedanken rasten wie räder immer um die eine frage herum was soll nun werden soll ich es elisabeth nachmachen und ins wasser gehen oder soll ich meinert bitten daß er mir gift gibt oder soll ich mich unter den zug werfen und mich totfahren lassen denn daß ich mich vor der welt aus dem staube machen muß steht so fest bei mir wie armen in der bibel ich blieb den ganzen abend oben und wollte nicht herunter aber nachher kam vater und bat ich möchte aufmachen und seine stimme klang so merkwürdig zitternd und weinerlich dass ich mich nach einer weile hinschlich und öffnete mit meinen brennend heißen augen sah ich wie elend und verfallen vater aussah und plötzlich liege ich in seinen armen und weine und er weint auch und küsst mich und wir konnten beide vor schluchzen kein wort sprechen kind kind mein armes kleines mädchen sag mir nur das eine hat das weib recht war es meinert stieß vater heraus ich nickte vater stöhnte o gott o gott sagte er einmal über das andere und dann wieder versprich mir nur daß du keine dummheit machst mein armer engel ich werde mit meinert sprechen es wird schon alles ins lot kommen ich musste ihm in die hand versprechen daß ich mir kein leid antue dafür bat ich mir aus daß sie mich den andern tag in ruhe ließen und mir das essen auf mein zimmer gebracht würde vater versprach alles nachher kam meinert er sah bitter böse aus und war wütend hättest du mir gleich gesagt was los ist wäre es gar nicht so weit gekommen schrie er ich hätte dir ein paar tropfen eingegeben und dann wäre alles in ordnung nun haben wir die bescherung dein vater heult wie ein altes weib und deine stiefmutter blökt das haus zusammen morgen weiß es die ganze stadt die frida gotteball das buckelige aas sitzt unten in der wohnstube und kriegt alles haarklein von dem mensch vorgebetet tante frida meine letzte kraft brach zusammen ich sah die strengen durchbohrenden augen des alten weibleins auf mich gerichtet und mein herz fing an vor furcht scham und schreck zu erstarren gib mir gift sagte ich er lachte kurz auf papperlapapp gift das soll was sein mir bleibt nichts übrig als dich zu heiraten wenn da ein vater mich zum teilhaber macht soll's mir recht sein sonst danke ich für obst er lief hinaus und ich lag da und durch meinen körper liefen eisige schauer ich dachte daß ich meinert heiraten sollte und plötzlich ich weiß nicht wie kam es an mich heran und in mich hinein und stand das eine still und fest in mir lieber tot lieber ins wasser oder unter die zugräder als meinerts frau werden ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht ich weiß nicht wie es ist aber es ist so daß ich alles in mir und in meinem empfinden plötzlich gewendet hat denn mit einem male weiß ich ich hasse meinert mich ekelt vor ihm er ist schlecht wenn ich an ihn denke ist es mir als ob ein ekles gewürm an meinem körper emporkriecht wenn ich denke dass mein ganzes leben an diesen menschen gekettet sein soll dass ich verurteilt bin nicht nur vorne sondern für alle zeit bis an mein ende ihm als eigentum anzugehören wird es mir schwarz vor den augen nein ich will nicht ich will nicht ich will nicht morgen mehr tagebuch einer verlorenen von margarete böhmel diese tante frida konnte das geheimnis natürlich nicht für sich behalten und zwei tage nach jener schrecklichen entdeckung die mich selber wie ein dieb in der nacht traf kam sie mit den verwandten an mit lehnsmannpons und tante frauke onkel dirk thompson und tante trine und alle saßen zusammen in der guten stube und hielten familienrat was mit mir geschehen sollte genau wie damals bevor ich nach tee kam ich war oben in meiner stube aber während ich da am fenster hockte kribbelte es mich plötzlich hinunter zu gehen und zu hören was verhandelt wurde ich schlich mich deshalb leise die treppe hinunter ins wohnzimmer und horchte durch das offene guckfenster was sie sprachen zuweilen schob ich ganz vorsichtig die gardine etwas zurück um zu sehen und kein wort entging mir sie waren sehr erregt und sprachen heftig durcheinander tante frida hatte nicht mal abgelegt in hut und jacke saß sie am tisch mit hochrotem verstörtem gesicht ich hörte daß die rede davon war ich sollte meinert heiraten vater sagte meinert sollte sein kompagnon werden und es sei schon alles in ordnung die liebe familie brauche sich gar nicht erst groß aufzuregen das standesamtliche aufgebot werde in den nächsten tagen bestellt werden die lene heulte und rief dadurch würden ihre kinder benachteiligt und so bleibe nichts für sie übrig und sie könnte wieder dienen gehen und ihre kinder ins armenhaus bringen wenn vater mal stürbe vater rief ihr zu sie solle das maul halten und onkel dirk und lehnsmann pon sagten laut dies sei der einzig richtige ausweg aus dem dilemma es sei zwar eine fürchterliche schande für die familie aber nicht das erste und nicht das letzte mal dass so etwas passierte mitten in die rederei schoss tante frida stimme wie eine eiskalte wasserspritze will denn die thymie überhaupt den meinert heiraten zwei sekunden lang blieb es still im zimmer dann erhob sich ein lautes durcheinander von stimmen die alle schrien das sei doch selbstverständlich und ich müsse einfach und die lene überkreischte alle wär ja noch mal schöner wenn die sich aufsetzte nachdem sie die soll froh sein wenn sie unter die haube kommt und dann ich weiß nicht wie war plötzlich streit im gange tante frida überschrie jetzt alle andern ich weiß noch lange nicht ob es gut getan ist das kind hals über kopf dem schuft dem meinert anzukuppeln kommt noch sehr darauf an was für ein unglück leichter zu tragen ist der makel auf dem namen oder ein ganzes menschenleben ehe elend du bist übergeschnappt frida rief tante frauke erregt sie kann doch nicht so laufen bleiben und wie sie sich das bett macht muss sie drin liegen wenn sie sich mit meinert abgegeben hat muss sie ihn heiraten das ist auch meine meinung sagte vater die heirat ist die beste lösung die heirat mit solchem menschen rief tante frida solch ein schuft der die einfalt und unwissenheit von einem unmündigen kind benutzt und sie unglücklich macht und dass du als vater nicht einsiehst was du deinem kind mit dieser heirat anhängst bist du ein vater ein elender schuft bist du auch wie dein genosse ja das bist du schrie sie und schlug mit der faust auf den tisch bist du ein mann der ein kind und noch dazu ein mädchen erziehen konnte du du hab ich's nicht immer gesagt und dich beinahe fußfällig gebeten das mädchen nach der einsegnung aus dem hause in pension zu geben du bist schuld über dich sitzen wir hier zu gericht und nicht über das unglückliche verführte kind dass du's weißt wie ein rabenvater hast du an deiner tochter gehandelt als du sie hier behieltest ich rief vater ich habe mein kind abgöttisch geliebt frida mich trifft kein vorwurf ja ja das ist noch lange keine liebe daß man einem kind allen willen tut und ja und amen zu allem sagt was es in seiner dummheit sind und anstellt hier in dies haus gehört eben kein heranwachsendes mädchen die apotheke ist schon lange verrufen hier ist seitdem deine arme erste frau tot ist kein anständiges haus und kein geregeltes familienleben mehr ein bordell ist hier und eine hurenwirtschaft ja 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 die einzige anständige person die hier in den jahren schaltete war das arme mädel die du auch auf dem gewissen hast du erzahlunke du die einzige kreischte lene bin ich vielleicht keine anständige person bin ich vielleicht auch so eine ich habe keine andere bezeichnung für dich rief tante frida da flog die lene vom stuhl auf und auf tante frida zu und griff ihr mit beiden händen an den kopf und schrie immerfort bin ich eine du buckliges nickel widerrufst du und tust ab bitte oder ich dreh dir dein vermeckertes zifferblatt auf die kehrseite und tante frida nicht faul fährt ihr mit spitzen fingern in die augen dass die lene aufpiepste und alle sprangen auf und kreischten und heulten und lehnsmann pons nahm seinen dicken spazierknüppel den er immer zwischen den knien hält und schlug über den tisch weg nach den beiden weibern die sich prügelten und traf dabei die hängelampe und die glocke und der zylinder gingen in hundertundzwanzig splitter da ließen die weiber voneinander ab und tante frida strich ihre zerzausten haare zurecht und die lene lief nach draußen wahrscheinlich um ihre augen die tante frida nicht schlecht zugerichtet hatte zu kühlen gleich darauf kam meinert herein ich verstand nicht gleich was mit ihm verhandelt wurde die frauen schwatzten noch immer aufgeregt durcheinander ich glaube es war die rede davon daß er teilhaber der apotheke werden sollte und lehnsmann pons und onkel dirk haben doch große hypotheken darauf und müssen erst einwilligen es schien als ob sie bedenken hätten und tante frida bestand darauf ich solle erst gefragt werden ob ich meinert auch heiraten wolle ich schob das vorhängelchen am guckfenster ein klein wenig beiseite und sah gerade in meinerts blasses höhnisches gesicht das mir nie vorher so fratzenhaft widerwärtig erschienen war als in dem augenblick ja verehrte herrn sagte er und rieb seine mageren knochigen hände wenn die sachen so liegen wollen wir doch lieber von der geschichte absehen es ist doch wahrhaftig nicht so aufzufassen als ob ich hier der bittende teil bin im gegenteil ich leugne nichts ab ich habe ein kleines techtel mächtel mit der thymian gehabt gut die folgen machen sich bemerkbar weil sie die tochter meines chefs und meines besten freundes ist stehe ich nicht an meine pflicht zu tun und sie zu heiraten ich bin eben gentleman sonst wenn das nicht wäre wenn ich kritelig sein wollte hätte ich gründe genug zur retirade die thymian ist ein racker hat temperament die kleine mit dem jungen grafen ostdorf geht sie auch wer will mir denn beweisen daß ich gerade ich stopfte mir die ohren zu meine beine zitterten es wurde mir schwarz vor den augen in meinem gehirn klopfte es wie in einer grobschmiede so lief ich hinaus und holte meinen hut und rannte aus dem hause ohne zu wissen wo ich eigentlich hin wollte immer weiter wohin mich meine füße trugen geradeaus nach dem wiesengraben und von da hinunter zur schleuse ich wollte denselben weg gehen den elisabeth vor mir gegangen war aber wie ich mich dann über das geländer beugte und das schwarze unruhige kreisende wasser erblickte packte mich ein fürchterliches grauen ich klammerte mich fest an die eiserne stange und machte einen anlauf um mich überzuschwingen aber meine füße waren schwer wie blei so starrte ich nur immerfort hinunter und wünschte mich tief unten in dem schwarzen schlund und hatte doch ein so entsetzliches grauen vor dem tod der da unten saß und mich anglotzte nur die zähne zusammengebissen und die augen zu hörte ich elisabeth sagen und es fiel mir ein daß ich in letzter zeit alles durchgemacht hatte was sie durchmachte die angst die qual das unbewusste anringen gegen eine unbekannte gefahr die auf ihr opfer lauert geh mach sagte eine stimme in mir sei nicht so elend feige und ich raffte mich wieder auf um hinein zu springen und wieder hielt eine geheimnisvolle schwerkraft meine füße an der erde und bei aller qual war ein lebensdrang in mir der mächtig aufwallte und mit seinem heißen strom die eisigen schauer des sterben wollens überflutete und auslöschte eine verzweiflung war in mir in meinem gehirn rannten die gedanken wie wild geworden durcheinander ein rasender schmerz brannte in allen meinen gliedern ich wünschte mir nur eins bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen wie lange ich da gestanden habe weiß ich nicht auf einmal nannte jemand meinen namen ich drehte mich um und sah in tante friedas blasses trauriges gesicht und in ihre nassen augen und ihr gesicht kam mir merkwürdig verändert vor gar nicht mehr so spitz und grämlich verkniffen wie sonst thymian komm mein armes kind sagte sie komm heim zu mir sie nahm meine hand in ihren arm und ich folgte ihr wie im traum mich widerspruchslos ihrem willen unterordnend ich habe sie vorher nie so sprechen hören ich habe nie geahnt daß ihre stimme so warm und so weich und innig klingen könnte ich hatte sie immer nur keifen und schelten hören und nun wo ich so viel verbrochen hatte und wie eine arme sünderin neben ihr herging floß ihr mund über von sanften zärtlichen tröstenden worten und es war mir plötzlich als hätte ich diesem wunderlichen alten weibchen ein ganzes teil abzubitten als wäre ich in meiner kindischen torheit alle die früheren jahre blind gewesen und hätte nicht gesehen welch ein treues gutes herz sich unter dem geschnörkel ihres absonderlichen wesens und ihren vielen kauzigen eigenschaften verbirgt oben in ihrem wohnzimmerchen war es dunkel als wir hinauf kam ich setzte mich aufs sofa und legte die arme auf den tisch und den kopf in die hände und tante frieda strich mit der hand über mein haar und sagte wieder leise armes kind armes unglückliches kind was haben sie aus dir gemacht ich bin ja schlecht tante frieda sagte ich es wäre am besten wenn ich tot wäre nein thymian sagte sie ernst die toten können nichts gut machen und du hast viel zu tun um deine schuld gut zu machen du sollst an dir arbeiten dass du trotz allem und allem ein tüchtiges braves mädchen wirst aber ich heirate meinert nicht rief ich eher gehe ich ins wasser sie nickte das habe ich mir gedacht und ich kann dir nicht unrecht geben sei still liebes ich will mit vater reden wir wollen ihn hierher kommen lassen wir wollen sehen was zu machen ist sie sprach eine lange weile zu mir ich habe nicht alles behalten was sie redete aber es waren gute liebe freundliche worte kein schelten keine vorwürfe keine bissigen anspielungen zuletzt erzählte sie mir von der schönen frau claire gottebal meiner urgroßmutter die der urgroßvater als blutarmes mädchen von paris mitgebracht hatte als sie vier jahre verheiratet waren hat sie ihn und ihre zwei kinder verlassen und ist mit einem reichen kaufmann nach indien gegangen und nie wieder ist kunde von ihr gekommen ihr name ist in der familiengeschichte der gottebalds gestrichen aber ein paar verspritzte tropfen des leichtsinnigen französischen kokettenblutes haben sich in der nachfolgenden generation erhalten und machen wie ein vererbter fluch sich immer wieder geltend die sünden der väter rächen sich bis ins dritte und vierte glied murmelte tante frieda das ist wahr ja das ist wahr nachher kam vater sehr niedergedrückt und geschlagen das haus war ihm auch eine hölle die lene zeterte und meinert war höhnisch und verbissen vater und tante frieda unterhandelten in halblautem ton miteinander ich schlief darüber vor müdigkeit auf dem sofa ein als ich aufwachte erfuhr ich was sie abgemacht hatten ich soll nach hamburg in den nächsten tagen will vater mich hinbringen ich soll bei einer frau bleiben bis alles überstanden ist und dann soll ich irgendwo auswärts bei einer familie in pension kommen mir ist alles so furchtbar gleichgültig was wird ich habe vorhin an ostdorf geschrieben ich möchte ihn so gern nochmal vor meiner abreise sprechen in ein paar monaten kommt er auch fort mir ist hunde miserabel zumute ich bin noch bei tante frieda meine sachen sind alle hierher gebracht nach hause gehe ich vor unserer abreise nicht mehr ich fürchte mich meiner zu begegnen ich hasse ihn so unsagbar nun bin ich schon fünf wochen in hamburg frau rammigen heißt die hebamme bei der ich wohne sie bewohnt ein häuschen ganz allein an der eimsbüttler chaussee mit einem gärtchen dahinter mit mir zusammen ist noch eine dame hier die schon im nächsten monat ihrer niederkunft entgegen sieht frau liesmann heißt sie sagt sie ich glaube aber nicht dass sie verheiratet ist sonst wär sie wohl nicht hier sie ist aus hannover ein schönes weib mit goldrotem haar und milchweißer hier und da von ein paar blassen sommersprossen durchsetzter haut wir gehen oft zusammen spazieren weil wir uns ja beide so sehr langweilen was soll man auch den ganzen lieben langen tag machen frau liesmann ist 24 jahre alt gott hat die elegante toiletten ich möchte auch so schöne sachen haben die ersten gelenke ihrer sämtlichen finger sind dicht mit brillanten garniert neulich war ein herr hier und besuchte sie ihr mann sagte sie ist aber natürlich nicht wahr er hatte ein taschentuch hier liegen lassen das ich fand und das mit den initialen v v gezeichnet war ihr mann müsste doch liesmann heißen sie waren sehr zärtlich zusammen einen abend hatten sie mich mit ins theater genommen und nachher speisten wir bei emke am gänsemarkt er war ja sehr nett aber ich kam mir doch recht überflüssig vor bei den beiden die sich gar nicht genierten und sich in meiner gegenwart küßten daß es eine art hatte dann machte der herr einige bemerkungen und anspielungen die ich sehr taktlos fand ich war direkt verletzt dadurch das merkte der herr v von v alias liesmann wohl denn er lachte und klopfte mir auf die wange und sagte lachend nur nichts übel nehmen kindlein ist ja alles menschlich und schön ist's doch das leben auf der landstraße ich wusste nicht was ich dazu sagen sollte wie wir aber nachher nach hause gingen die beiden arm in arm und ich daneben kam ich mir doch recht einsam und verlassen vor wenn ich darüber nachdenke meine ich in meinem schicksal wäre noch etwas besonderes was es erst recht düster und trostlos macht ich weiß auch was es ist das ist es daß kein zweiter da ist der mit mir leidet und um dessen willen ich leide wenn ich nur sagen könnte ich hätte einen menschen unendlich lieb gehabt und mich ihm hingegeben und ich müsste dafür büßen dann wäre das alles nicht so furchtbar aber so manchmal ist mir als ob das alles nur in meiner fantasie wäre und als ob ich gar nicht lieber gott frau rammigen ist eine sehr nette frau aber nicht viel zu hause heute ist frau liesmann nach st pauli zu einer schneiderin ich mochte nicht mit weil mir so müde ist da habe ich mir das buch hervorgeholt und schreibe tagebuch einer verlorenen von margarete böhme sie heißt doch in wirklichkeit frau liesmann wir haben uns angefreundet und du und du getrunken und nennen uns thymian und conny sie heißt nämlich konstanze mit vornamen konny hat mir ihren ganzen lebenslauf erzählt sie ist bei ihrer großmutter einer wäscherin in hannover erzogen und wurde mit 17 jahren an einen wiedmann mit drei gören verheiratet drei monate hielt sie es bei ihm aus dann ist sie durchgebrannt seitdem hat sie viele schätze gehabt und war auch mal eine zeitlang am theater jetzt hat sie den herrn v von v der heißt victor von vosen ein reicher fabrikbesitzer der ganz für sie sorgt sie sagt sie freut sich unbändig daß sie ein kind von ihm kriegt weil sie ihn damit fest hat und den männern sonst doch nicht zu trauen ist ich fragte sie ob sie ihn sehr liebte da lachte sie und meinte das sei doch nebensache er ist nämlich ganz und gar nicht hübsch wenn man so viel geliebt habe wie sie sei man allmählich durch die hauptsache sei dass man seine existenz sichere auf schönheit lege sie gar keinen wirt nur auf schick schick müsse so ein mann sein auf der straße im hause im bett und schneit müsse er haben das übrige sei nonsens ich musste dabei an ostdorfs tadellose stiefel und an seine gepflegten hände denken ich glaube konny liesmann hat recht man sieht mir noch gar nichts an es macht mir spaß wie sich die männer die hälse nach mir verdrehen das habe ich daheim gar nicht so bemerkt wenn konny und ich mittags am jungfernstieg spazieren gehen steigen uns immer ein paar nach ein paar mal wurden wir schon angeredet konny sagt ich sei bildschön und wenn ich klug wäre könne ich noch mal mein glück machen wir haben abgemacht uns oft zu schreiben konny sagt man kann nie wissen wie man einander noch mal gebraucht ostdorf hat mir neulich geschrieben er ist in der nähe von hamburg auf dem gut des grafen sch und will mich nächstens besuchen worauf ich mich sehr freue vor vier tagen hat die konny liesmann einen kleinen jungen gekriegt um elf uhr abends fing sie an zu stöhnen und es hielt die ganze nacht an das seufzen und aufschreien und jammern bis um acht uhr morgens das kind kam ich habe die ganze nacht kein auge zugemacht da wir wand an wand schlafen und ich durch die dünne bretterwand alles mit anhörte ich hatte mir nicht gedacht dass es so schrecklich ist aber jetzt habe ich mit einem male eine höllenangst wenn ich doch nur erst alles überstanden hätte ich muß immer das kleine kind betrachten es sieht zu drollig aus etwas unappetitlich trotz seiner spitzbesetzten nübchen und steckkissen ich möchte es nicht küssen aber die konny küsst es wie wahnsinnig gestern kam der herr v von v er brachte der konny eine große mattgoldene spange mit brillanten mit die sie sich schon lange gewünscht hatte die konny schimpfte daß er nicht zärtlich genug mit dem kindchen sei und bei der gelegenheit erfuhr ich daß herr v von v verheiratet und vater von drei kindern ist merkwürdig mit einem verheirateten mann hätte ich mich an konnys stelle doch nicht abgegeben überhaupt stößt es mich ab daß sie immer bloß von geld spricht und von versorgung und geschenken während ich die schreibe steht die tür zu konnys stube offen sie ruft was ich schreibe ich sage ihr in mein tagebuch da lacht sie laut und will es absolut lesen fällt mir natürlich nicht im traum ein sie lacht noch immer alle schmerzen sind vergessen sie ist kreuzfidel zuwege na wenn ich ein tagebuch geschrieben hätte und sie schreit vor lachen das wäre interessant thymian da drin hätte was gestanden das darfst du glauben die konny ist mit dem kindchen und einer amme die frau rammigen für sie besorgt hat gestern abgereist nun ist es recht einsam und traurig hier für mich ich hatte mich so an die frau gewöhnt sie war so unterhaltend und so lustig sie hat mich eingeladen sie in hannover zu besuchen aber daraus wird wohl fürs erste nichts herr von vosen war am letzten sonntag hier und schenkte mir eine goldene brosche als andenken an seine frau als ob ich nicht alles wüßte und weil ich ihr so oft gesellschaft geleistet und ihr die grillen vertrieben hätte ein matt goldener korb mit vergißmein nicht aus türkisen sehr reizend ich freute mich sehr darüber das kindchen war mittlerweile auch recht niedlich und lieb geworden ich habe es ein paar mal wickeln und beim baden helfen dürfen osdorff war vorige woche auch hier ich freute mich ihn wiederzusehen ich hänge wirklich an ihm obgleich ich ihn weder als man noch als mensch ernst nehme es klingt brutal aber ich möchte fast behaupten ich liebe ihn wie man einen hund liebt an den man sich gewöhnt hat und dann kann man sich auch abgesehen von seinem dummen gesicht mit ihm sehen lassen er sieht riesig elegant aus connie schüttelte freilich den kopf als ich ihn ihr als meinen freund vorstellte und nachher sagte sie sie an meiner stelle würde ihn abwimmeln solch ein mensch sei wie ein block am fuß man käme nicht hoch mit ihm na die connie kannte eben die verhältnisse nicht der arme kerl der osdorf würde mich nie am hochkommen hindern auf dem gute gefällt es ihm ganz und gar nicht er muss da früh aufstehen mit auf dem feld sein und auch im büro mitarbeiten und mit der arbeit hat mein osdorf sich nun einmal den magen verdorben lange hält er es da nicht aus sagt er es tut ihm jetzt leid dass er nicht die diplomatische karriere eingeschlagen hat sagt er ach herr jesses sind das trostlose tage wochen monate das weihnachtsfest war geradezu schrecklich obgleich vater mir eine menge sachen schenkte und tante frieda mir einen langen lieben brief schrieb konni liesmann sandte mir eine große marzipantorte und einen korb mit reizenden babysachen alles in rosa seide entzückend das war wirklich sehr aufmerksam zuerst freute ich mich darüber und wurde nicht müde die mausigen zuckerigen sächelchen zu betrachten es war mir so als wären das alles weihnachtspuppensachen aber auf einmal fiel es mir ein dass die jübchen und hemdchen und mützchen für ein lebendiges kind bestimmt sind und dass dieses kind das meines sein soll es ist eigentümlich ich kann mich noch gar nicht in diese tatsache hineindenken ich musste weinen meine tränen fielen auf die duftigen gegenstände ich bin sehr unglücklich silvester war ich ganz allein im hause frau rammigen war bei bekannten das dienstmädchen heulte weil sie meinetwegen heimbleiben sollte da sagte ich ihr sie solle nur gehen ich bliebe ganz gern allein und das ließ sie sich nicht zweimal sagen aber es war doch schrecklich diese stille und einsamkeit in der letzten nacht des jahres ich ging immer auf und ab im zimmer und die erlebnisse des letzten jahres huschten wie spukgebilde an meinen augen vorüber immer sah ich elisabeth wie sie auf dem rasen lag mit dem verzerrten toten gesicht und ich dachte wieder zurück an meine liebe mutter die so schwer starb weil sie mich schutzlos zurücklassen mußte und ich begriff weshalb sie meinetwegen gar nicht zum sterben kommen konnte ich glaube die schatten der kommenden ereignisse haben damals an ihrem bett gestanden und sie hat mit dem seherblick der weltscheidenden gewußt was kommen mußte sie haben doch so für mich gebetet sie und der pastor warum hat der liebe gott diese frommen bitten nicht erhört und alles anders gefügt ich glaube nicht mehr an den lieben gott es wäre wohl das beste für mich wenn ich im wochenbett stürbe doch wünsche ich es nicht mir ist so bange vor dem tod vor dem versinken in die ewige nacht und das ewige nichts ich möchte gerne leben und glücklich sein ob es für mich noch ein glück in der welt gibt ich glaube doch ich bin jung ich bin schön die welt ist groß und das leben lang man muß nur wollen ich denke manchmal wie das glück wohl ausschaut ich glaube es sieht aus wie ein schöner starker mann mit weichen händen und einer schönen weichen stimme und mit klugen klaren milden augen so wünsche ich mir einen mann und etwas geld muss auch dabei sein damit ich mich schön anziehen und für ihn schmücken kann wenn ich solche mann begegne dann gebe ich mich ihm hin skrupellos auch ohne standesamtlichen zivilversorgungsschein denn die ehe reizt mich gar nicht so ein zwangsweises nebeneinander herleben finde ich furchtbar langweilig geist und gefühl tötend geliebtes tagebuch treueste freundin und trösterin meiner schmerzenszeit ich hätte dir vieles anzuvertrauen aber ich mag nicht viel schreiben ich bin zu müde ostdorf ist vom gut des grafen sch ausgerissen weil diese scheußliche arbeit ihn krank macht wie er sagte sechs tage trieb er sich in hamburg umher weil er sich nicht nach hause traute und er angst vor seinem vormund hat ich habe ihm mein ganzes geld gegeben der arme kerl hatte nämlich nur drei mark im portemonnaie und ich hatte noch fünfundvierzig dafür haben wir einmal im alsterpavillon gegessen wo der kellner mich gnädige frau anredete und alle uns sehr respektvoll behandelten ostdorf sieht wirklich gräflich aus bei all seiner dummheit als das geld alle war ist er doch fort das heißt er hat telegrafiert sie sollen ihm reisegeld schicken und da ist einer gekommen und hat ihn wieder nach sch zurückgebracht aber der graf hat gesagt er wolle den faulenzer und tagedieb nicht mehr und da ist er nach berlin gekommen vorige woche schrieb er mir daß sein onkel ihn bei einem diplomaten in der wilhelmstraße in die lehre gegeben hat er muß sich da im büro beschäftigen briefe kopieren und so kleine sachen die nicht viel verstand erfordern machen anstrengende geistige arbeit nennt er das na also nun ist alles überstanden vor fünf wochen wurde das kindchen geboren es war sehr schlimm aber nun bin ich wieder ganz gut nur etwas sehr bleich und mager ein mädchen ist's erika susanne ist es getauft jetzt begreife ich wie lieb die konny liesmann ihres hatte denn ich habe meines ebenso lieb und hätte es am liebsten den ganzen tag im arm gehalten und es geherzt und geküsst auf sein rosiges münchen und seine blauen äugelchen und seine fäustchen gestreichelt am zehnten tag kamen tante frieda und vater und blieben acht tage bei mir und während der zeit rückte frau ramwegen mit einem mir sehr komisch erscheinenden ansinnen heraus in derselben nacht nämlich wo klein erika geboren wurde hat sie bei einer sehr reichen familie ein kindchen geholt auch ein mädelchen das aber schon am nächsten morgen starb die leute wären sehr unglücklich darüber weil sie schon zwanzig jahre verheiratet waren und keine kinder hatten und sich nun so sehr auf dieses kind gefreut hatten da erzählte frau ramwegen von mir und klein erikachen und die leute meinten daraufhin ob wir nicht geneigt wären ihnen das kindchen zu schenken oder zu verkaufen sie wollten es adoptieren und es ganz als eigen erziehen und behalten ich lachte frau ramwegen aus und sagte dass ich meinen süßen kleinen schatz nicht um ein haus voll geld verkaufe aber vater und tante frieda waren anderer ansicht sie sagten es sei ein großes glück für das kind und für alle beteiligten dass ich eine solche gelegenheit böte das kleine unterzubringen ich weinte und schrie und bettelte aber es hörte kein mensch auf mich und sie machten hinter meinem rücken alles mit konsul peters so heißt die familie ab und fünf tage später wurde das kindchen abgeholt es war ein schrecklicher abschied ich weiß gar nicht wie es war just so als ob mir ein stück vom herzen abgerissen würde ich warf mich platt auf die erde und schrie vor verzweiflung vater suchte mir zuzureden und tante frieda nahm wieder ihren strengen ton an und sagte ich sollte gott auf den knien für seine gnade danken anstatt mich wie eine verrückte zu benehmen der alte herr peter streichelte mir aber übers haar und versprach mir ich solle hin und wieder nachricht bekommen wie es erikachen geht eigentlich hätten sie das nicht nötig weil vater in meinem namen auf alle rechte an das kind verzichtet hat aber herr peters versprach es zuletzt wurde ich vor aufregung ohnmächtig und als ich wieder zu mir kam waren sie mit meinem kindchen fort ich kann mich noch nicht darin finden mir ist als wäre ich sehr arm geworden zuerst habe ich tag und nacht geweint nun bin ich etwas ruhiger und jetzt weiß ich dass ich ein ziel habe nach dem ich streben muss ich muss reich werden um wieder mein kind erlangen zu können mit geld kann man alles machen wenn ich reich heiraten kann tue ich es ich will reich werden und dann will ich mal sehen ob man mir mein kindchen das ich unter schmerzen für das ich so viel leiden musste vorenthalten kann vorläufig kann ich gar nichts machen sie haben bestimmt dass ich in eine pastorenfamilie auf dem lande in pension komme im holsteinischen tante frieda hat die stelle ausfindig gemacht sie ist mir jetzt fast so unsympathisch wie früher mit ihren ewigen ermahnungen und bußreden mir ist gar nicht wie einer büßenden magdalena zu sind lieber himmel ich habe mich versehen und habe dafür leiden müssen damit könnte die sache nach meiner ansicht als erledigt angesehen werden ich bin froh dass sie wieder fort sind tagebuch einer verlorenen von margarete böhme diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von jesse ich hätte mir früher auch nicht träumen lassen dass die eintragung in tante pohns konfirmationsgeschenk einmal meine einzige erholung und freude sein würde und dass ich mir diese freude auch noch sozusagen stehlen muss sieben monate sind seit meiner letzten aufzeichnung vergangen sieben monate bin ich jetzt in der zwangserziehung respektive besserungsanstalt des herrn pastor daub und seiner gattin ulrike geborene von schmid in g bei lübeck es sind pflichteifrige leute das kann man nicht anders sagen sie bessern gewaltig an mir herum ob sie mich aber in wirklichkeit besser machen ist eine zweite frage mir kommt es umgekehrt vor als sei die atmosphäre der gottesfurcht der sittenstränge und enthaltsamkeit im pastorat gewimmelt voll von bakterien der tücke heuchelei habsucht grausamkeit und hinterlist die man gegen seinen willen einatmet und in sich aufnimmt wie ich vorhin mein buch durchblätterte fiel mir gerade die stelle ins auge wo ich mir so schön gelobte fromm zu sein jeden sonntag in die kirche zu gehen und ganz nach gottes wort zu leben nun wenn einer systematisch darauf ausgeht jemand anders alles was religion heißt gründlich zu versäuern ihm alles kirchliche zu verwiedern ihm abscheu und ekel gegen alles was mit dem christentum zusammenhängt einzutrichtern so soll er diesen jemand hierher schicken in das pastorat zu gehe bei pastor daub und seiner ulrike die schaffen's fromm sind sie das muß ihnen ihr feind lassen um sechs uhr morgens wird aufgestanden und gearbeitet aber feste gearbeitet lang stehen und sich besinnen gibt's hier nicht wenn dann um halb acht der magen schief hängt werden wir zur andacht gerufen da stehen wir alle geradeauf nebeneinander um den tisch und hören zu wie der pastor aus einer postille eine morgenandacht liest und dann noch etliche erbauliche ermahnungen daran knüpft das heißt in wirklichkeit hört natürlich kein mensch zu wir senken nur die nasen und wenn er amen sagt schnellen alle gesenkten nasen auf und man sieht's jedem an daß er heimlich gott sei dank sagt die daubs haben drei nichtsnutzige jungs im alter von sechs bis zwölf jahren und eine nichte von einundzwanzig die mit dem vikar verlobt ist ein hochmütiges vor lauter moral stumpfsinnig gewordenes frauenzimmer das zu dem hageren halb versimpelten vikar und zu dem daubschen ehepaar wie ein zwei groschenbrot zum andern paßt dann sind noch zwei dienstmädchen und ein knecht da die jeden monatsersten wechseln weil es niemand bei frau ulrike und ihrem gottgefälligen wandel aushalten kann es ist nämlich heidenmäßig viel zu tun in dem großen haus mit dem großen garten und dem landwirtschaftlichen betrieb also morgens gibt's die erste andacht mittags folgt die zweite auflage und abends vorm schlafengehen wird der dritte und hauptgang des seelendinés serviert dann werden auch noch drei gesangsverse gesungen und als dessert wird eine generalbußrede auf die sünden des verflossenen tages gehalten frau pastorin sagt bei jedem zehnten wort mit gott mit gott schlug sie neulich dem stubenmädchen auf den mund das die nase blutete und zwei vorderzähne wackelten mit gott hat sie schon ungezählte straf- und sühnegelder beim schiedsmann und amtsgericht für dienstbotenmisshandlungen und beleidigungen berappen müssen ich habe nie zuvor so unflätig schimpfen hören als wie die frau pastorin es tut wenn sie wütend ist und sie wird sehr leicht wütend schwein biest luder sau schuft aas das sind nur so kleine kostproben ihres konversationstons im verkehr mit den leuten wo sie hinschlägt wächst kein gras und ihre hand sitzt sehr lose mich hat sie noch nicht geschlagen dagegen sind aus der blütenlese ihrer schimpfwortplantage auch schon manche rosen und röslein auf mich niedergeregnet ich bin so etwas wie das schwarze schaf im hause alle mit ausnahme der dienstboten nehmen eine feierliche ernste strenge mine an wenn sie zu mir sprechen ich bekomme jeden tag mein extrafutter von frommen reden und ermahnungen zu gottvoll war fräulein toni die nichte in der ersten zeit sie blickte immer zur seite wenn ich sie um etwas fragte oder sie notgedrungen das wort an mich richten mußte als wenn ihr jungfräuliches schamgefühl erzitterte wenn sie so eine ansehen mußte auch der herr wikar schafeski ich sage schafskopf tut immer ganz wunderlich zu mir und ich mußte und muß noch manche anspielung von verlorenen und verworfenen und geächteten anhören na mich läßt das ziemlich kalt gewissermaßen kann man es ja den leuten nicht verdenken da ich hier doch in den moralischen drill gegeben bin und sie wahrscheinlich nur ihre pflicht zu erfüllen meinen wenn sie mich recht kurz und streng halten was mich nur so maßlos empört ist die tatsache daß ich hier auch nicht die geringste persönliche freiheit genieße sondern wie eine schwere verbrecherin auf schritt und tritt bewacht und beobachtet werde es liegt etwas furchtbar demütigendes peinigendes darin zum beispiel erhalte ich keinen brief der nicht in pastors studierstube erbrochen und gelesen würde zwei briefe einen von ostdorf und einen von conni haben sie mir unterschlagen zum glück wurde ich es gewahr seitdem lasse ich sie nach lübeck postlagernd schreiben und die schustersfrau nebenan die die bruttengänge macht bringt sie mir heimlich mit umgekehrt kommt auch kein brief von mir fort der nicht erst die zensur der studierstube passiert hat an ostdorf und conni kritzle ich ab und zu ein paar zeilen mit blei und schicke sie unfrankiert ab denn ich habe seitdem ich hier bin keinen pfennig zur verfügung einmal gelang es mir einen solchen unfrankierten brief an vater wegzuschmuggeln zu hause ist unterdessen ein junge angekommen aber vater antwortet mir nicht direkt sondern schrieb an pastors daß ich mich beschwert hätte was mir eine tüchtige pauke eintrug seitdem bekomme ich jeden sonntag eine mark taschengeld aber ich muß am samstag über jeden verwandten pfennig rechenschaft ablegen es ist ein entsetzliches leben vater wagt offenbar nicht mich hier wegzunehmen weil er tante frieda fürchtet ich kann es vater nicht verzeihen daß er meinert trotz allem vorgefallenen noch behält ich werde nie wieder nach hause zurückkehren ich hasse meinert wie die pest meine seele ist voll bitterkeit und groll die menschen hier im hause hasse ich alle nur die dienstboten nicht die halten zu mir aber es sind eben zu oft fremde gesichter da heute sind pastors zu einer hochzeit fräulein toni liegt zu bett mit zahnschmerzen und schafskopf ist verreist ich bin ein paar stunden bei frau clock und schreibe hier ihr mann ist schuster sie verdient noch nebenbei durch botengänge sie ist eine sehr propre fleißige freundliche frau und mir sehr zugetan was mich besonders zu ihr hinzieht ist ihr kleines acht monate altes mädchen es ist zu herzig und genauso alt wie erika ich halte es zu gern auf dem schoß und spiele mit ihm es kräht und lacht und möchte etwas sagen zu niedlich wenn ich doch erikaschen mal sehen dürfte ich habe so viel sehnsucht es ist zu traurig wenn man nicht gerade als aktive oder vielmehr passive person mittendrin wäre in dem familienidyll unseres pastorats sondern als unbeteiligter zuschauer abseitsstände und mit den augen eines lachenden philosophen beobachten und allerhand interessante parallelen zwischen worten und werken zwischen theorie und praxis hochtönender morallehre und ihren nutzanwendungen ziehen könnte müßte es ganz erheiternd sein hier eine zeitlang zu verweilen es kann nichts komischeres geben als die kontraste zwischen dem gequassel und den salbadereien dieser frommen augenverdrehenden menschen und der art ihrer anschauungen ihrer lebensführung und ihrem verhalten untereinander und dem lieben nächsten gegenüber ich habe schon lange gemerkt daß der pastor und seine liebe gattin gar nicht sehr idyllisch miteinander leben sie zanken sich oft wie die spatzen freilich immer nur wenn sie sich allein glauben aber ich konnte nie dahinter kommen um was es sich handelt frau clock erzählte mir dieser tage der pastor hätte ein kleines verhältnis mit einer hübschen bauernfrau im dorf und die pastorin hat wind davon bekommen und im vorigen jahr ist sie mit dem jüngsten jungen sechs wochen fort und hat gewartet daß ihr mann sie wiederholen sollte der war aber froh daß er sie los war und nachher ist sie von selber wiedergekommen na es ist ja nicht hübsch wenn ein mann seine frau betrügt aber dieser alten gans mit ihrer scharfen zunge ihrem geiz und ihrer brutalität gönne ich es wenn sie sich mal tüchtig ärgern muß soviel steht fest ich werde nie mehr mit einem fuß die kirche betreten wenn ich hier weg bin nie mehr die kirche ist mir zu sehr verleidet früher dürfte ich sonntag so lange schlafen wie ich wollte und es stand in meinem belieben ob ich in die kirche gehen wollte oder nicht da bin ich gern und oft hineingegangen jetzt muß ich sonntags eine stunde früher aufstehen um mit meiner arbeit zeitig fertig zu sein weil ich punkt ein viertel nach neun zum kirchgang anzutreten habe dann trottele ich zwischen frau pastorin und toni die dorfstraße hinauf um die anderthalb stunden in der kirche abzusitzen diese anderthalb stunden dehnen sich mir immer unerträglich in die länge im winter bekommt man eiskalte füße und im sommer summen die fliegen an den wänden und man würde ein bißchen einduseln wenn das dröhnende organ des herrn pastors einem nicht wie keulenschläge aufs trommelfell bumste und jede ruhe und traumstimmung illusorisch machte ich wollte ich hätte zeit die predigten hier wieder zu geben vielleicht mal später immer mit derselben technik und nach der gleichen schablone ihr seid allzumal sünder höllenhunde satansbraten reif für die schmurpfanne der infernalischen bratöfen und dann als finale der ölig fließende honigseim göttliche gnadenverheißungen liebe 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 nun wenn diese verheißene göttliche liebe ähnlichkeit mit dem von der firma daub und konsorten verzapften artikel gleicher etikette hat möchte ich ergebens danken frau pastor und fräulein toni sitzen aufrecht und gerade wie aufgespannte regenschirme rechts und links an meiner seite vollgeplustert von andacht und selbstzufriedenheit beim hinausgehen lächelt frau pastorin freundlich nach allen seiten ganz liebe und milde und wohlwollende gemeindemutter wehe aber wenn sie in den flur tretend mit dem zeigefinger über die kommode oder den mahagonischrank fährt und eine spur staub entdeckt dann geht's los mit pauken und trompeten was für ein schwein hat hier heut wieder das abwischen besorgt natürlich bin ich die so lieblich verbildlichte sie meinen sie vielleicht sie hätten für die paar mark pension die ihr vater für sie zahlt das recht mein haus wie einen saustall zu behandeln und so weiter ich bin so verstorkt daß ich mir ordentlich gewalt antun muß um nicht laut rauszuprusten vor lachen sie ist zu komisch wenn sie vor wut kocht wer tun schon die kleinen stichelein und bissigen versteckten anrempelein schon seit einiger zeit war die rede davon dass der amtsbruder unseres pastors aus einem entfernten dorfe mit seiner frau und seinen töchtern zwei mädchen im alter von siebzehn und neunzehn jahren eines sonntags auf besuch kommen wollen ich freute mich darauf ich habe so lange nicht mit jungen mädchen verkehrt ich habe ordentlich mal sehnsucht nach altersgenossenen und ich war so blödsinnig unvorsichtig und naiv meinen gefühlen eines mittags im beisein sämtlicher hausgenossen ausdruck zu geben aus dem verlegenen schweigen das daraufhin entstand merkte ich daß etwas faul im staate dänemark war aber thymian sagte tony vorwurfsvoll sie können doch nicht annehmen daß tante sie den jungen mädchen vorstellt warum nicht fragte ich in meiner dummheit der pastor legte messer und gabel hin thomas und hanni geht hinaus und als die jungen raus waren meine nichte hat durchaus recht wir wollen sie gewiß nicht verletzen liebe thymian aber so wie die sachen stehen wäre es eine unerhörte taktlosigkeit von uns sie mit den jungen unschuldigen töchtern meines amtsbruders zusammenzubringen natürlich geht das nicht sagte die pastorin brüsk thymian bleibt den nachmittag wenn roswas kommen auf ihrem zimmer das ist ja auch für sie selbst am angenehmsten sie und die mädel haben doch keine gemeinsamen interessen da hatte ich es und nun sitze ich in meinem stübchen hab für den nachmittag arrest und infolgedessen zeit mich mit dir mein tagebuch zu beschäftigen roswas sind nämlich heute da ich hab mich eingeschlossen eigentlich ist es zu dumm dass einem so etwas nahe geht man sollte sich darüber hinwegsetzen trotzdem brennt und sticht es als ob jemand mir mit nesseln die seele wundgepeitscht hätte ich habe geweint darüber ich habe bisher nie richtig über die konsequenzen meines unglücks nachgedacht es ist mir noch nicht bewußt geworden daß ich damit für immer aus den reihen der gesellschaftlich für vollgeltenden der anständigen frauen und mädchen ausgeschieden bin obgleich man es mich hier schon oft genug fühlen ließ hatte ich es nie so recht kapiert um es ganz zu begreifen jetzt weiß ich es ich tören hatte geglaubt mit der angst und den qualen der dem ereignis voraufgehenden monate mit der furchtbaren stunde am schwarzen wasser in der der wunsch zu sterben und der drang zum leben in mir wie zwei wahnsinnige menschen miteinander kämpften meine schuld bezahlt zu haben ein stück fröhlichen kinderglaubens an die lieblichen verheißungen des evangeliums lebte in mir bei unserem gott ist viel vergebung jetzt weiß ich es besser unser gott hat einen januskopf mit zwei gesichtern das eine liebe und vergebung verheißend ist für die guten die kindlich gläubigen nie strauchelnden die eigentlich gar keine vergebung nötig habenden und das andere zirnende furchtbare in unversöhnlicher strenge erstarrte ist den bösen verstockten unbußfertigen sündern zugewandt und droht mit hölle und verdammnis und rache und strafen bis ins dritte und vierte glied nein lieber glaube ich überhaupt an keinen gott als an den gott der daubs und genossen man schließt vom diener auf den herrn was muss das aber für ein herr sein dem diese heuchlerischen lieblosen boshaften menschen mit ihrer heuchelei ihrer erbarmungslosigkeit und ihrer gehässigkeit zu dienen glauben dieses fortwährende beten und salbadern und frommige tue ist mir unsäglich zuwider ich fühle daß ich ganz schlecht werde wenn ich hier lange bleibe mir ist so gallbitter zumute eine strenge aber liebevolle obhut haben sie für mich in den itzehoher nachrichten gesucht die strenge läßt nichts zu wünschen übrig aber die liebe suche ich vergebens ich möchte wissen was die daubs sich unter liebe vorstellen ich werde wie ein nichtsnutziger überflüssiger gegenstand umhergestoßen und bekomme in einer stunde manchmal zehnmal zu hören dass sie für die tausendmark kostgeld mindestens für fünftausendmark ärger an mir hätten und dass ich nicht dankbar genug sein könne dass eine anständige christliche familie mich die verworfene in ihrer mitte aufgenommen habe ich habe schon manchmal daran gedacht auszureißen aber wo soll ich hin wo ich doch kein geld habe eine heimat habe ich auch nicht mehr der alte herr peters hat sein wort nicht gehalten ich bekam keine silbe oder ob sie mir die briefe unterschlagen haben ich werde nächstes mal hinschreiben zum glück weiß ich die adresse die kleine marie glock hatte neulich die masern sie sagt schon mama zu süß ich war heimlich weggelaufen um nach ihr zu sehen was mir fürchterliche schimpfe von der pastorn eintrug es fehlte nicht viel da hätte sie mich verhauen wegen der ansteckung die ich ihren jungs eventuell zugetragen hätte zum glück ist niemand krank geworden ende von abschnitt neun